Chat, kann sich noch jemand erinnern, wieso wir letztes Mal hier waren? Ich hab's irgendwie komplett verdrängt. Also ja, irgendwie war ja XF wieder da und sie wollten XF wieder aufhalten, also sind sie irgendwie in diese Bibliothek gelaufen. Aber wieso, ich weiß es nicht mehr. Wir quatschen mal mit den Leuten hier, dann wissen wir es, I guess. Ah, stimmt. Wir haben ja irgendwie in der anderen Welt, wir haben ja festgestellt, dass die zwei Welten, in denen wir jetzt waren, eigentlich eine Welt zusammen sind, die irgendwann mal getrennt wurden von irgendwas, irgendjemandem. Wurden die getrennt. Und in der einen Welt gab's diesen Bösewicht X-Dev und Galuf und seine Gang haben dann X-Dev in dieser Welt eingesperrt. Und es gibt halt irgendwie so ein Buch oder so, wo drin steht, wie man ihn verbannen kann, besiegen kann oder so. Aber das eine Teil des Buches ist in der anderen Welt und der andere Teil des Buches ist in dieser Welt. Und jetzt haben wir den anderen Teil des Buches aus der anderen Welt mitgenommen, in diese Welt und suchen jetzt in der Bibliothek den anderen Teil. Oder so, ne? Und hier wurde gesagt, dass wir in die Wüste müssen. Stimmt. Und wir müssen jetzt irgendwie mit dem ganzen Buch herausfinden, wie wir ihn bannen, besiegen, für ewig diesmal, äh, auf ewig diesmal. Und dafür mussten wir dann jetzt, glaube ich, irgendwie in die Wüste, ne? Wächter Boim. Es geht direkt los. Kurz zusammenfasst, aktuelles Ziel sind die vier Steinplatten für die Waffen. Erste liegt in der Wüste. Genau, genau. Stimmt, ich erinnere mich. Das kam mit dem Buch raus, dass wir diese Waffen brauchen, um ihn zu besiegen. Und diese Waffen sind versiegelt, wo wir auch schon mal waren, in diesem Schrein mit den ganz vielen versiegelten Waffen. Irgendwie zwölf Waffen waren das oder so. Und die müssen wir jetzt entsiegeln, ne? Genau. Genau, genau, genau. Mit diesen Steinplatten, ja. Pokémon trauriges Thema. Mein erstes war SoulSilver und das habe ich verliehen und nie mehr bekommen. Das erste und das letzte Mal, dass ich etwas geliehen habe. Stark. Ich hätte es dir geklaut. Der Wächterbaum. Der Wald von Moor. Er wird wieder lebendig. Opa, warum kann Opa nicht auch wieder leben? Jako? Schnauze. Später was zu essen, okay? Lena, Vater. Ach, die denken, Lena ist gestorben? So viele mussten ihr Leben lassen. Wir müssen X-Dev aufhalten. Für alle Menschen, nein, nicht nur für die Menschen, für alles Leben auf der Welt. Ja, es darf keine weiteren Opfer geben. Ich kann das nicht mehr mit ansehen, es reicht. Dann los, wir haben eine Welt zu retten. Ja, und das habe ich schon letzte Woche auch langsam, aber sicher festgestellt, dass die Story und die Texte arsch langweilig sind. Auch wenn das Gameplay und so, die Mechaniken mit den ganzen Klassen und so sehr, sehr cool sind und sehr viel Spaß macht, sind die Texte teilweise so langgezogen und so nervig. Der Sand hat aufgehört, sich zu bewegen. Jetzt, wobei die Erdkristalle kaputt sind, hat die Erde keine Kraft mehr. Sie steht still. Selbst der Untergrund wird instabil. Da ist Heavy Rain besser geschrieben. So, Pyramide von Mur. Mach auf, Digi. Okay, direkt Bosskampf oder so. Yo, Gagolius. Teufelsfratze, okay. Ja, uns fehlt ein dritter Charakter, ne? Die mögen bestimmt keinen, keinen, keinen Titan. Die haben bestimmt super Angst vor Titanen, weil Titan zerstört Steine. Er frisst Steine und die sind irgendwie aus Stein oder so. Und Waver ist Dankeschön für vier Monate. Vielen, vielen Dank. Äh, fuck, Moment, Chat. Ich hab den YouTube-Chat noch nicht eingeblendet, aber da hat noch keiner was geschrieben. Hallo, YouTube-Chat, hallo. So. Jetzt frage ich mich, ob die deutschen Dialoge nur so sind. Ja, I don't know. Bipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Und seid ihr gerade alle am Dorn-Trail grinden? Bestimmt, ne? Seid ihr gerade voll in Sommerstimmung, weil in Dorn-Trail gerade auch Sommerstimmung ist. Bei mir ist gerade Weltuntergangsstimmung im Spiel. Vielleicht probieren wir mal Shiva. Ob es in dem Spiel Biako gibt? Ich glaube aber nicht, ne? Vielleicht als Gegner höchstens. Okay, Shiva macht ja gar kein Damage. Könnt ihr jetzt sterben oder so? Danke. Hey, wieso lebt er wieder? Oh, ist das so eine Scheiße, wo die gleichzeitig sterben müssen? Ja, der Sadi hat gestreamt an einem Sonntag. Wieso bist du zu Hause nicht auf der Dokumi? Danke für den Raid und grüßt euch. Bin durch? Du bist schon durch mit Dorn-Trail? Was? So schnell? Äh, sie stirbt. By the way. Bitte stirbt nicht. Kurz. Einen Moment. Ich hab, äh, auch irgendwie 30 Stunden drin. Okay. Also komplett durchgesuchtet seit Freitag. Ich check den Basskampf nicht. Schade. Tot. Und Kit, Dankeschön für 19 Monate. Vielen, vielen Dank. Hey, was ist gerade passiert? Ich hab weggeguckt. Was ist gerade passiert? Ich hab weggeguckt, Chat. Hey. Hat jemand aufgepasst? Nein, ne? Der ist gerade irgendwie gestorben und hat den anderen geheilt oder so. Er hat Kamehameha gemacht. Ne, das hat er nicht. Ja, vielleicht sollte ich den Boss ernster nehmen und vielleicht ein bisschen buffen oder so. Voll Traver. Der hat irgendwas gecastet. Ist dabei gestorben. Hat den anderen geheilt. Und dann ist er wieder auferstanden. Ja, das ist ein Boss gerade. Das war... Virdi. Virdi! Ich check's noch nicht. Junge, ich hasse den Dieb. Ich hasse Ricky. Oh, er hat uns ein dummes Blutschwert. Da, Transfusion. Er gibt sein Leben an den anderen ab. Okay, jetzt kommt er nicht mehr zurück. Transfusion hab ich auch als Spell. Das opfert dich und heilt den anderen. Aber wieso kam er jetzt dreimal zurück? Nee, der hat glaube ich keine... Keine Engelein gesetzt. Da, er kommt einfach mit der Zeit wieder. Ich glaube, ich muss ihn mit Geld bewerfen. Du, 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 du... Ich bewerf den einfach mit Geld. So. Hier. Boom, boom, boom. Geld, Geld, Geld. Ich hab noch mehr Geld. Wo das herkommt, gibt's noch viel mehr. Ja, ich denke, ich muss die gleichzeitig umleben. Oder... Nicht zeitgleich, aber... Sehr zeitnah, sagen wir mal so. Einfach Geld werfen. 4200 Damage, er hat's hier in den Nagel. Ist halt dieses... Geld werfen, shit. Der ist recht stark. Ist halt auch ein bisschen, äh... Keiner Cheat, der Angriff. Deshalb will ich ihn nicht zu oft einsetzen. Äh, weil... Also dahingehend Cheat, weil... Weil... Ja, aber boah, es gleicht sich eigentlich aus. Weil ich hab ja viel, 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 viel Geld. Weil ich ja immer mit vierfachem Geld spiele. Aber ich spiele auch mit vierfacher EP und sowas. Und dafür kämpfe ich auch viel weniger. Deshalb, es gleicht sich wahrscheinlich irgendwo aus. Ich kann's ruhig öfters benutzen, I guess. Seht, die Siegelschrift! Der Segen der Erde und die Seelen der Vergangenheit wachen über eine der Tafeln. Wie viel Geld hab ich? Obwohl, so viel hab ich gar nicht. 87.000. Aber ich weiß nicht, wie viel der... Das... Das... Der Skill Geld verbraucht. I don't know. So, ich geh mal kurz zelten. In der Wüste. Wobei, ich kann auch kurz rüberlaufen. Wir sind ja hier direkt... Beim Start. Du darfst es sogar so oft verwenden, wie du willst. Aber irgendwann hab ich doch gar kein Geld mehr. Du, 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 du. Sie hat White Mage gemeistert. Okay, Moment. So, sie hat jetzt White Mage gemeistert. Wie viele Berufe hat sie jetzt gemeistert? Sie hat jetzt Beschwörer gemeistert? White Mage gemeistert? Und jetzt können wir irgendwas noch Drittes geben. Ich weiß nicht mehr, was ich letzte Woche für sie geplant hatte. Ich glaub, auch Mönch. Ich wollte, glaub ich, allen Mönch geben. Der Schaden prozentual von deinem Geld abhängig? Oder ist das dein Cap? Ich hab keine Ahnung, wie das funktioniert. Absolut nicht. Ich wollte ja vielleicht allen den Mönch geben, weil der Mönch HP boostet. Ja, du hast auf jeden Fall über Mönch geredet. Ja, ich glaub, das wird der Plan sein. Weil zwei, also das Spiel jetzt für diejenigen, die halt das nicht ganz mitbekommen haben, aber du hast ja super viele Klassen hier, die du meistern kannst. Und du kannst immer, wenn du eine Klasse davon spielst, kannst du die Fähigkeiten von einer anderen Klasse mithaben. So, das heißt, theoretisch lohnt sich das gar nicht mehr, als zwei Klassen zu spielen. Und ich hab jetzt zum Beispiel jetzt hier zwei Klassen schon gemeistert. Den Weißmagier und den Beschwörer. Und dann kann ich zum Beispiel den Beschwörer spielen, aber trotzdem die Weißmagiersachen benutzen. Oder ich könnte den Weißmagier benutzen, aber trotzdem die Beschwörersachen benutzen. Es gibt aber eine Ausnahme, und das ist der gute Allrounder. Der übernimmt alles Passive von allen gemeisterten Berufen. Das heißt, wenn ich jetzt eine weitere Klasse meistere, eine dritte, dann wird sich der Allrounder lohnen. Ansonsten lohnt er sich nur nicht bei zwei Klassen. Das heißt, wenn ich jetzt den Mönch auch noch maxe, dann wird er von drei Klassen die Fähigkeiten haben. Und das wäre eigentlich ganz geil. Deshalb machen wir hier Mönch. Und Mönch ist halt ganz nice, weil Mönch... Machen wir Weißmagier oder Beschwören? Mönch macht halt... Boostet halt Leben. Weil Mönch... Nee, 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 du kriegst durch Mönch... Wir hatten... Bei wem hat man einen Mönch gehabt? Ich glaub, bei Fahres hat man einen Mönch gehabt, ne? Durch Mönch bekommst du... LP plus 10%. Und ich glaube, wenn ich den Mönch noch maxe, dann gibt's wahrscheinlich noch höher als 10. Weil er hat jetzt... Fahres hat Mönch nicht gemeistert, ne? Nur auf Stufe 5. Okay. Das kann sein. Ich weiß nicht, ob er noch höher hat. Ich glaub, der wird dann 30% haben, wenn wir den maxen. Dann können wir 30% mehr Leben haben. Das ist eigentlich ganz geil. Das auf jedem Charakter zu haben, I guess, is not bad. Keine schlechte Idee. So, und ich nehm jetzt bei Riki mal dieses dumme Blutschwert weg. Auch wenn es aktuell gerade das Stärkste ist und irgendwie mich auch heilt, hab ich das Gefühl, das hat irgendwie eine Hidden Mechanik, dass man damit nicht... dass man damit weniger trifft oder so. Ich nehm jetzt einfach das Frostschwert. Oh, fuck. Und hoffe, dass es damit besser funktioniert. Zinnihagekosten. Gleich Level mal 50 pro Gegnerwurf. Was? Ich finde auch, Konter ist beim Mönch nice. Ist Konter... Passiv? Oder aktiv? Oh, Konter ist passiv. Ja, das ist stark. Ja. 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 Klär Emo. Dankeschön für 15 Monate. Und hi. Kuss. Level mal 50 pro Gegnerwurf. Die Gegner der Level oder die... Mein... Mein Level. Also wenn der Gegner Level 50 ist, dann verbrauche ich 2500 Geld. Und dann mache ich auch 2500 Damage oder mehr? So, rein da. Äh, ich muss mal ne coole Liste rausholen für die Blue Mage Spells. Ich hab das Gefühl, diese Blue Mage Spells bringen mir irgendwie gar nix, Leute. Ich versuche, so viele wie möglich es geht mitzunehmen, aber ich benutze sie eigentlich gar nicht. Und wenn ich sie benutze, dann eigentlich nur 1000 Nadeln und der Rest ist so unsatisfying. Ah, nein, nicht so schnell scrollen. So. Hier gibt's, glaube ich, gar nix. Eigenes Level. Schaden wird anders berechnet. Das heißt, Faris würde momentan äh, 1550 Geld verbrauchen bei nem Wurf. So, gucken, was hier für Gegner am Start sind. Ne Leimer Königin, Leimer Königin. Jo, okay. Da hab ich ihm mal ein schwächeres Schwert in die Hand genommen, auf einmal macht er Damage. Ja, wir müssen jetzt auch Krylie nach vorne stellen. Weil die macht jetzt auch Nahkampf. Ah, alles nur Nahkämpfer. So, was ist das hier? Krieg ich hier Schaden? Ich krieg hier Schaden, ja. Und Gift auch noch. Ei, 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 ei. Äh, oh, Vitra, zack, zack. Wahrscheinlich werde ich hier runtergedrückt, oder? Ja. Ich muss von der anderen Seite kommen. Ich will den Knopf aktivieren. Das ist wahrscheinlich ein Shortcut, oder so, ich guess. Ah, Schatz. Schatz gefunden. Verdammter einfach. Okay, hier macht er nicht so viel Damage. Also werfe ich jetzt Geld und alle sind tot. Laufen die auf Händen? Sieht so aus, ja. Stark. Was spricht die Blue-Magie-Liste? Dass es hier nichts gibt. Verdammt akrobatisch! Oder wie heißt der Ort hier? Pyramide von Moor, ja. Laut Liste ist hier nichts. Habe ich aber das Gefühl, in der Liste steht viel zu wenig. Viel weniger als... als das Fenster, wo die ganzen Blue-Mage-Spells drin sind, habe ich das Gefühl. Naja. Juckt. Ich habe das Gefühl, die sind eh nicht so geil. Ich weiß nicht, ihr habt am Anfang alle so Blue-Mage gehypt und OP-Klasse, stärkste Klasse im Spiel, aber irgendwie... alles, was ich so bekomme, ist irgendwie gar nicht so krass. Also ich glaube, bisher, die zwei einzigen Sachen, die interessant sind, das sind halt 1000 Nadeln. Wobei 1000 Nadeln halt immer und immer schwächer wird, weil es halt immer nur 1000 Damage macht. Ähm, und... das andere ist Himmelswind. Das dich heilt so viel, wie viel du Leben hast. Und das ist ganz nett, aber der Rest... Oh, das ist ein Frostdrache. Nee, das sind keine Random Encounters, das ist ein richtiger Encounter. Einfach. Okay. Uh, hier kommt ein Boss oder so? Nee. Meteor oder Ultima? Nee, Meteor Ultima kriegt, denke ich mal, also Meteor kriegt wahrscheinlich der Zeitmagier und Ultima kriegt, I guess, der Schwarzmagier. Riesene Mumie. Junge, Riki trifft einfach nichts. Ich dachte, es liegt am Blutschwert, aber tut es nicht. Was bekommt der Weißmagier? Holy. Vermutlich Holy Sanctus. Okay. Hä? Ich habe ihm wieder Blutschwert gegeben. Oh, deshalb, Chat. Ich habe vorhin automatisch ausrüsten gemacht. Ich habe ihm wieder Blutschwert gegeben. Deshalb trifft er wieder nicht. da ist ein Game Over. Hi, Fragezeichen. Wo ist der Alte? Äh, hier. Was willst du von mir? Ich bin hier. Ich bin der Alte. Hi, im YouTube-Chat hat jemand geschrieben. Hi, die Person heißt Fragezeichen. Äh, Ich meine Opa, Alien aus der Gruppe. Ach so. Ich war so verwirrt. Kommst einfach rein. Wo ist der Alte? Äh, der ist tot. Wir haben jetzt seine Enkelin am Start. Galuf heißt er. Der hat sich geopfert. Vielleicht seid ihr mich wirklich bei den Baffen, eigentlich. Sollte nicht einfach nur stumpf angreifen. Sonst stirbt Riki. Die hat keinen Mana mehr? Oh mein Gott. Ich kriege ja gut aufs Maul. Aber ich bin wahrscheinlich auch weiterhin unterlevelt, ne? Ich bin irgendwie ab einem Punkt, weil ich... Fluchring. Ab einem Punkt war ich die ganze Zeit irgendwie unterlevelt. Ähm. Fluchring. Ein verfluchter Ring, der den Träger mit Todesurteil belegt. Stark. Lohnt sich. Downgrade? Krille ist doch kein Downgrade. Ist doch eine cute. Ach, hier gab's Knöpfe, die hab ich ganz übersehen. Oh lol. Ich hätte mir hier den Weg freimachen können. Aber ist halt nicht Galuf. Ja, Galuf-Schmaluf sag ich in der Regel immer. Das ist meine Regel, ja. Ein Schlafi? Kurz ein Schlafi? Chat. Wie macht ihr das mit dem Enteisen eures Kühlschranks? Ich bin momentan wieder an einem Punkt angekommen, wo ich meinen Kühlschrank enteisen muss. Aber ich weiß nicht, wie Leute das machen. Weil Also das Prozedere, das Enteisen ist ja easy, ne? Du machst einfach Strom aus und wartest, bis halt die Platten runterfallen, nimmst die Platten raus und, keine Ahnung, legst du sie in die Badewanne rein oder so, dann tauen sie dort auf, ne? Das ist ja an sich kein Problem. Aber mein Problem ist mit dem ganzen Essen da drin. Ich kann das Essen ja nicht ewig lang einfach rumliegen lassen, ohne gekühlt zu haben. Also muss ich dann irgendwie mal für eine Woche einkaufen, nur essen, was nicht gekühlt werden muss? Du machst, ja, ich hab nie eine leere Phase. Ich hab dort ja immer Zeug liegen, was halt so über eine längere Zeit hält. Sei es wie, keine Ahnung, sowas wie Mayu oder sowas. Sowas halt, ne? So irgendwie so Mayu, Mayu. Irgendwie sowas wie Mayu oder sowas, ne? Das hast du ja auch immer im Kühlschrank und keine Ahnung, wenn du das dann irgendwie eine längere Zeit draußen stehen hast. Ja, es wird nicht instant schlecht. Okay, Mayu ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Aber generell, oder irgendwie so Kram, was, keine Ahnung. Wie lange dauert es denn, so einen Kühlschrank zu enteisen? Kratzt das Eis ab, statt zu warten. Ja, aber dann hab ich Angst, irgendwie in die Kühlschrankwände irgendwie rein zu schaben und dort vielleicht irgendwas kaputt zu machen oder so. Bei mir gehst du knapp eineinhalb Stunden. Ich hab mal eine Kühlzeit im Keller eingerichtet beim Umzug, aber hatte auch eine Klimaanlage. Weil ich dachte mir, bei dem Wetter ist eigentlich ganz geil, dann geht's ja recht fix. Aber bei dem Wetter vergammelt dann auch das nicht gefrorene, äh, das, 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 das Essen auch am schnellsten. Ich hab keinen Holzhammer. Und ich habe gerade festgestellt, dass es dumm war, ähm, Eis zu kaufen. Ich habe gestern, weil ich kurz einkaufen, hab zwei Packungen Eis gekauft. Obwohl ich momentan überlege, den Kühlschrank zu enteisen. Das war nicht so smart, ne? Scheiße. Wollte alles aufessen. Hast du generell Holz und Tensilien, also halt Holzlöffel. Schnell alles aufessen. Nee. Er hat es auf Eis. Dunkelmaterie habe ich einfach bekommen, Chad. Weil, wer ist das denn? Archeosaurus, Alter. Der sieht aus wie ein Zombie-Drache. Den kann ich bestimmt mit Geld töten. Und mit Heilung. Ich mache Engel auf ihn. Schade. Ich dachte, das ist ein Instakill. Okay, der ist hartnäckig. Der ist nicht so der Fan vom Sterben. Weil er schon tot ist. Lol. Und der macht echt viel Damage. Aber ja, so an so Kühlboxen, Kühltüten habe ich gar nicht gedacht. Ich habe noch, ich glaube, so Kühltüten zu Hause. Keine Kühlbox, aber Kühltüten habe ich, glaube ich. Hast du Kühlakkus oder dergleichen zu Hause? Du könntest eine große Schüssel in der Wanne schwimmen lassen und die von unten mit Eiswasser kühlen und das vom Eiskühlschrank. Boah, Chat. Strat. Das Zeug, was gekühlt werden muss, in eine Schüssel packen und in die Schüssel das Eis reinlegen, was enteist. Da fallen ja dann diese ganzen Brocken von den Eiswänden ab und die lege ich da rein. Boah, System gedribbelt. Find ich auch. Drachenzahn habe ich bekommen. Weiße Robe. Was ist Dunkelmaterie? Ist das was zum Werfen? Wahrscheinlich, ne? Habe ich wohl auch schon mal bekommen. Dunkelmaterie, Eine alchemistische Zutat, ja. Ich hätte vielleicht heilen sollen, ich bin dumm, lol. Verdammter! Bitte nicht Faris, bitte nicht Faris! Danke. Einfach in der Zeit, wo das gefriert fach abtaut, den Kühlschrank nicht aufmachen. Der ist genug isoliert, dass die Lebensmittel die zwei Stunden kühl bleiben. Ja, aber genau das soll es ja nicht sein. Also der Kühlschrank soll ja nicht kühl bleiben. Das Zeug soll nicht auftauen. Und hey Red Hat Vision. Kageyama geht Kühlschrank auftauen. Hast du etwa Eis im Kühlschrank nicht im Gefrierfach? Ja, im Gefrierfach habe ich. Ach, du meinst das Gefrierzeug in den Kühlschrank oben legen. Also mein Gefrierfach ist separat, aber läuft halt über denselben Strom. So. Ich kann ja nicht getrennt ausmachen. Ich frage mich, was jetzt du der Kühlschrank Thematik denkst. Ich habe meinen alten Kühlschrank, den ich vorher hatte, auch nie enteist. Und irgendwann ist der kaputt gegangen. Und diesmal wollte ich mich bei diesem Kühlschrank mich besser darum kümmern. Muss man das regelmäßig machen? Ja, wenn du merkst es ja, wenn in deinem Gefrierfach überall an den Wänden Eis ist. Es wird ja immer mehr und mehr. Ich hatte irgendwann mein alter Kühlschrank, den ich hatte, der war kein großer Kühlschrank, das war ein typischer Kühlschrank hier, mit oben so einem Fach. Aber der war vielleicht so der war vielleicht so der war der war vielleicht so 1,60 ungefähr und dieses Fach ist das Kühlfach so und da war halt auch in der Mitte ein Gitter so und jeweils in beide Fächer haben so zwei äh zwei Pizzakartons reingepasst jeweils ne und es war ab einem Punkt so schlimm dass ich hier oben das Eis war so bis hier hin so ungefähr dass ich hier keinen Karton mehr reinbekommen habe hier keinen Karton mehr reinbekommen habe und wenn ich dann Tiefkühlpizza gekauft habe dann habe ich sie aus dem Karton raus geholt und dann nur diese Pizzascheibe so da reingedrückt das war lästig und ich habe das immer aufgeschoben das das aufzufrieren immer wieder aufgeschoben immer wieder aufgeschoben und der hat ab einem Punkt irgendwie angefangen so super mies schlecht zu kühlen und ich habe das gar nicht in Frage gestellt habe mich auch ehrlich gesagt daran gewöhnt dass er so kühlt wie er kühlt und habe das gar nicht als schwache Kühlung angesehen bis ich irgendwann gemerkt habe dass mein Essen im Kühlschrank echt schnell schlecht wurde und ich dann irgendwie gemerkt habe ich glaube mein Kühlschrank kühlt nicht mehr richtig und dann hatte ich einen neuen Kühlschrank und ich war geschockt ich war geschockt ich war schockfrosted wie kalt ein Kühlschrank sein kann weil ich mich so sehr gewöhnt habe an die Kühlung meines alten Kühlschranks aber kann sein dass natürlich was anderem kaputt gegangen ist weil das war der Kühlschrank von meiner Schwester den sie schon vorher auch einige Jahre benutzt hatte kann sein dass auch was anderem kaputt gegangen ist kann sein dass das auch dazu beigetragen hatte dass ich ihn so schlecht behandelt habe behandelt Maschinenkopf Ibobo Barbie Okay Ich brauche auch so dringend einen neuen Kühlschrank Kühlschrank schon stark ne Okay der hat sehr viel Leben weil ihm einfach durchskippen geht nicht und das sind sehr viele von denen dafür müssen wir gleich so ein bisschen taktisch durchmanövrieren Kunstgriff gemeistert Uh haben wir den Dieb fertig Wir haben den Dieb endlich fertig Oh mein Gott Danke Okay Ähm Wir haben den Dieb fertig Ähm Hat Kunstgriff überhaupt irgendwas gebracht Verleiht die Agilität eines Diebes Ja das denke ich mal ganz gut ne ist passiv Bin zu froh dass mein Gefrierfach so wenig vereist Bei meinen Eltern ist der immer so krass voller Eis Meine Mom müsste den eigentlich monatlich enteisen Monatlich Junge gar kein Bock Ähm Okay Ja was machen wir jetzt als Beruf bei Ricky als vierten Beruf Er hat schon drei Berufe gemeistert Mönch I guess Ja bei allen Mönch ne Mönch Ähm was geben wir denn Gänge finden Ähm Dragoon ist ziemlich uninteressant Er gibt Springen und Lanzen aber das ist halt alles aktiv und nicht passiv Gilanzen ist passiv aber ich weiß nicht ob wir Lanzen unbedingt brauchen jetzt ne Klasse zu meistern nur damit ich mit ne anderen Klasse Lanzen benutzen kann Dragoon leider in dem Teil nicht so interessant Ähm Tja was gebe ich ihnen Ähm Heavy Rainview Die meinst du auf YouTube auf YouTube kommt die Tage Auf Twitch ist es ein gesondertes Video und kein kein frühere Aufzeichnung Ich könnte ihm I guess die Agilität einfach geben Ja und Old Runner genau und Old Runner kann eh alle Waffen tragen deshalb ist dahingehend der der Dragoon echt uninteressant leider Obwohl Dragoon eigentlich immer ne coole klasse an sich ist ne Noch mehr Schlangen Wo ist Lena äh die ist tot eine Falle du schon wieder äh äh X-Dev hat halt wir wir dachten wir haben X-Dev besiegt also gab es so eine große Party die ist das und X-Dev ist aber doch noch da und der hat die Festung weggenuket wo Lena drin war und jetzt denken alle Lena ist tot aber seien wir ehrlich sie ist nicht tot was habe ich schwarze Robe glaube ich erhalten oder sie tankt das sie sie ist im Kühlschrank wir haben gestern bei Heavy Rain gelernt dass man das überlebt Explosion überlebt man im Kühlschrank so da geht es wahrscheinlich weiter aber ich will natürlich hier diese anderen Sachen looten vielleicht noch was wichtiges Eluxire und deswegen den Kühlschrank immer enteisen genau dass wenn mal eine Bombe droht in eurer Wohnung zu explodieren hier in den Kühlschrank steigen können Chad würdet ihr in euren Kühlschrank reinpassen ja in der Turbensituation auch immer Dornenkrone einer keiner kann wahrscheinlich die Dornenkrone tragen ich weiß gar nicht ob ich bei mir reinpassen würde würde mein Kühlschrank ist auch nicht so groß eigentlich ich habe jetzt so einen Kühlschrank also der ist jetzt vielleicht so 1,90 groß und so und hier unten ist das Eisfach so mit drei Schubladen und hier ist halt der Main Raum und ich weiß nicht ob ich in diesen Main Raum reinpassen würde ja auf meinem Kühlschrank steht nicht Kühlschrank wird eng vielleicht müsste mich da vielleicht rein quetschen ich weiß nicht kannst mal testen und auch gleich schauen ob das Licht an ist wenn die Tür zu ist die geht aus aber wird schwierig dort rein zu passen ich habe lange Beine ich würde safe in Main rein passen also wäre interessant es mal zu testen aber ich habe auch irgendwie ein bisschen Angst meinen Kühlschrank damit kaputt zu machen wenn ich versuche da rein zu klettern und dann kippt er noch irgendwie um während ich da drin sitze oder so ich meine wenn das in der unteren etage wäre okay aber ich muss ja quasi hoch rein steigen wie groß bist du so 183 circa als Test kannst du eine Bombe zünden genau wenn ich schon rein steige kann ich auch direkt mal als Test testen eine Bombe hoch zu gehen hoch gehen zu lassen und hey Levander was geht ab am bittest du bist du stuck weil er die Tür war der auf die Tür yo imagine him true boah einfach gestorben du fällst dann ja mit der Tür nach unten auf dem Boden und kommst nicht mehr raus vor allem weil du ja dann ja auch dann recht eingeengt dort bist und dich nicht richtig bewegen kannst um das sage ich mal auf zu drücken das wäre aber auch interessant gibt es ein Video dazu kannst du aus einem Kühlschrank entkommen wenn der Kühlschrank umfällt sehr komisches Szenario ich weiß nicht ob dazu ein Video gibt an was stirbt man dann zu wenig Luft oder Erfrierung wenn das Kabel nicht drin ist dann ich denke du wirst ja nicht erfrieren oder also da ist doch da kommt doch Luft rein das Problem ist du wirst wahrscheinlich verhungern und verdursten ich schick mal erst oben ab habt ihr gesehen dass auf GOG ein Resident Evil Bundle gedroppt ist mit den drei Original teilen ne aber crazy sick ermessen vor ersticken aber da ist doch ist da keine Luft zu fuhr da kommt doch Luft rein oder ist doch nicht luft dicht verhungern Oh, Tauwasser trinken! Das von den Wänden ablecken. Für ein paar Stunden mehr leben. Oh, das ist ein Geheimgang. Aber es ist auf jeden Fall eine gruselige Vorstellung, das stimmt. Ein Twitch-Streamer hat versucht herauszufinden, ob er in seinen eigenen Kühlschrank passt. Dabei ist der Kühlschrank umgefallen und er kam nicht mehr raus. Er lag dort fünf Tage, bis er gestorben ist. Aber ich denke, wenn man wirklich auf der Tür wäre und ein bisschen Platz hat, müsste man Kühlschrank umwerfen können. Ja, ich weiß nicht. Es kommt darauf an, wie groß du bist oder generell wie eng du da drin sitzt. Wenn du da recht eng drin sitzt, dann kannst du dich nicht wirklich hin und her bewegen, um den irgendwie umzukippen. Du kannst die Tür nicht aufdrücken und den Kühlschrank mit hochdrücken, weil du da recht eingeengt drin sitzt. Also vielleicht, wenn du... Oh. Also wenn du jetzt... Das ist jetzt der Kühlschrank, ne? Also jetzt mein Kühlschrank, ne? Also jetzt mein Kühlschrank, ne? Wenn ich da jetzt so drin sitzen würde... Du kannst dich ja nicht, sag ich mal, umdrehen, um die Tür aufzudrücken. Aber natürlich, wenn du dann im Kühlschrank eher so sitzt... Okay, das wird jetzt ein bisschen weird. Wenn du da so drin sitzt... Dann könntest du jetzt mit deinen Beinen die Tür dann aufdrücken. Na? Aber du wirst ja wahrscheinlich eher so drin sitzen als so. Er ist wie Katwoman von PS1. Also wenn ich den Kühlschrank bewegen muss, dann ist der in der stehender Position Vorteil schon sehr schwer. Wenn du dann in dem Kühlschrank bist, kannst du viel weniger Kraft anwenden, ja. Sehr expressionistisch. Irgendwie ist es komisch, hier zu schreiben. Einsames Fragezeichen. Ja, dann komm rüber in den Twitch-Chat. Wenn es da zu komisch ist. Elixir. Schöne in der Gollum. 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 Position. Cache habe ich? Okay. Obwohl ich es in die Nage gerade hier und da benutze, mache ich trotzdem ein Plus. Also geht klar gerade noch mit dem Geldverbrauch. Oh, so kann ich gar nicht. Und was, wenn man kopfüber drin sitzt? Reinsetzen. Wieso sollst du dich da in den Kopf wieso sollst du dich kopfüber da reinsetzen? Das ist ja schon ein genereller Akt, kopfüber da reinzukommen. Wow, man kann runterfallen. Mit Salto. Er will direkt daraus eine Competition machen mit coolen Kunststücken. Wow. Äh, ja. Oh, auf einmal ist der Boden... Ich bin zu dämlich. Der ist auf einmal am Boden aufgetaucht. Okay, der Boden verändert sich. Ist es auf Zeit? Ich glaube, der ändert sich einfach nach Zeit. Irgendwie nach zehn Sekunden oder so verändert sich das Pattern. Und ich habe irgendeinen Ring bekommen. Bo, 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 bo. Rega, Regena Ring. Uh. Ich werde automatisch geheilt. Ui, ui, ui. Ist das wirklich auf Zeit? Ja, ne? Das heißt, ich bin hier safe. Oh, die erste Schleife. Schleife ist immer so ein Final Fantasy-typisches Endgame-Item. Genau wie die Goldhaarnadel. Mit der du, wenn du die trägst, bist du immun gegen alle Statuseffekte. Eine von vier Schleifen. Optimal wäre es, das, äh, optimal wäre es halt natürlich, wenn am Ende alle eine Schleife tragen. Mal gucken, ob wir das noch erreichen werden. Hey, Chirurken, Ragnar, was geht ab? Dunkelmaterie schon wieder. Ja, ich kriege gerade hier, äh, einige so Items zum, zum, für den Alchemisten. Das denke ich mal ganz nett, ne? Aber ich spiele halt nicht den Alchemisten. Okay, hier ist eine Treppe. Die, äh, äh, nicht funktioniert. Da muss ich von der anderen Seite kommen. Wie läuft der werte Sonntag bei euch? Also bei mir ist es nice. Geiles Game, geiles Wetter, geiler Chat. Einfach geil. Geiles Gameplay, siehste? Ich fall schon wieder runter. Bin ziemlich aufgeregt wegen morgen. Vorstellungsgespräch? Neuer Job? Oder was geht ab? Erster Arbeitstag. Ui, aufregend. Nochmal dunkle Materie. Okay, jetzt hier vorsichtig. Mach mal ein Gehen an. Das ist nicht dumm runterrutsche. So. Ähm, kommt hier Bosskampf oder wie? Gut möglich. Okay, rein da. Die erste der vier Steintafeln. Die erste Tafel halten. Die wird doch bestimmt bewacht von irgendeinem coolen Wächter, oder? Hm? Wir werden hochgefahren. Raus aus der Pyramide. Auf der Tafel steht etwas geschrieben. Der König der Drachen. Bahamut. Okay. Wir müssen zu Bahamut. Die Insel sieht aus wie ein Drache-Chat. Das ist die Dracheninsel. Die Insel, sie sinkt. Die Insel wurde zum Drachen. Bahamut. Oh oh, wir kriegen Besuch. Er greift uns direkt an. Ich werde euch am Gipfel des Nordbergs erwarten. Okay. Er greift nicht an. Seht, es ist das Luftschiff. Wir kriegen wieder Luftschiff? Als habt ihr das von hier aus sehen. Alles von hier aus gesehen, was am anderen Ende der Welt passiert. Kein Bosskampf. Aber hier passiert was. Hört, ein Winddrache. Lena kommt auf den Drachen angeflogen. Ja. Lena! Wer hatte das gedacht, Chad? Sie lebt noch. Was? Lena, bist du in Ordnung? Komm schon, wach auf. Sag doch was. Das ist mein Körper? Was? Sie ist besessen von jemandem. Lena, was zum... Tausend Jahre warst du eingesperrt zwischen den Welten. Vorwärts, Manuel! Kämpfe für mich! Exdeath! Aha! Alles, was angefangen war zwischen den Welten, folgt nun meinem Willen. Lena! Lena, bitte hör auf! Lena! Moaha! Ahahahahaha! Ich hoffe, ihr genießt es, durch die Hand eurer Gefährtin ausgelöscht zu werden. Ich hasse ihn so sehr. Exdeath! Moaha! Und jetzt seht dabei zu, wie ich mich dieser Schildkrötenplage entledige. Er will Guido töten. Guido die Schildkröte. Und die ganze Bibliothek. Oder was ist er es töten? Er zieht sie alle ins Nichts. Bald, schon sehr bald, wird die Kraft des Nichts komplett mir gehören. Und die gesamte Welt wird mir zu Füßen liegen. Moaha! Ahahahahaha! Ahahahahaha! Legendäre Lache. Lena, lass das! Ne, ist nicht das Shadow Realm. Es ist das Nichts. Das ist noch krasser. Hirio geht todesmutig dazwischen. Die Dämonin wurde aus Lenas Körper vertrieben. Hui! Jetzt! Jo, okay, chill! Lady, zieh dir was an! Okay. Null. Ich hab keine Magie dabei, Chat. Was mach ich jetzt? Oh! Kritz gehen! Wie es aussieht. Dann machen wir Weißmagie und dann machen wir Refleck. Die soll ihre eigene Scheiße zu spüren bekommen. Wird ne Nullnummer! Ja, ich brauche Lena. Lena ist meine Zauberin. Bitte irgendein Crit? Ein Crit, bitte! So, Refleck kickt rein. Schade. So, jetzt hat die Barriere gewechselt. Schade. Ich dachte, Barrierewechsel bedeutet, dass ich jetzt hier Damage machen kann. Mit physischem Angriff. Also, dass sie jetzt quasi von magischer Resistenz auf physische Resistenz gewechselt ist. Aber ne. Wahrscheinlich war sie jetzt irgendwie immun gegen Eis. Und jetzt ist sie immun gegen was anderes. Ja, äh, ich glaub, den Kampf gewinn ich nicht. Es hat bei ihr schon Refleck abgelaufen ist. Ich glaube, den Kampf kann ich nicht gewinnen. Dann müssen wir nochmal zurück und ein bisschen die Berufe wechseln. Ja. Oh, was? Oh! 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 Was brauchen wir Zin-Nage? Zin-Nage! Boom! Noch ne Zin-Nage, dann ist sie vielleicht tot. Haha! LB, uh! Kryli hat, äh, LP 20 gemeistert. Moment, ist Kryli schon gemeistert jetzt? Ja, wer braucht diese Magie? Ich mein, Magie wäre halt wichtig gewesen, um sie mehrmals durchzurotieren, damit sie irgendwie, ne, irgendwann die Resistenzen so ändert, dass ich sie physisch angreife. Aber dadurch, dass ich ein Refleck mache und sie dann sich selbst mit Magie angreift, geht das auch so theoretisch, ne. Ricky, ich, du, Lena, Schwester, Cryley, das Schloss, wir, die Dunkelheit, sie. Wir wissen Bescheid, schone dich jetzt. Lena hat sich der Gruppe angeschlossen, nice. So, tatsächlich nicht, ich wollte gerade sagen, tatsächlich hat Cryley Mönch gemeistert, aber hat sie nicht. Ähm, aber, Fares ist fertig mit Samurai. Und wir wollten Fares als nächstes Chat geben. Den Jäger, oder? Und Rapture, danke schön für 32 Monate. Wo ist denn der Jäger? Da. Wir wollten ihr vielleicht den Jäger geben. Weil... Als Mönch müsste sie auch mal maxen. weil Jäger hat ja diese Rapid Fire das irgendwie mehrmals angreifen kann und wenn wir dann wir haben durch Ninja gelernt dass Fares Dual Wield haben kann und wenn sie dann auch noch Rapid Fire hat dann greift sie irgendwie 8 mal an weil mit jeder Waffe greift sie dann irgendwie 4 mal an jeder Gegner tot das wäre stark und Mönch müssen wir dann auch irgendwann mal noch meistern Fares hat schon Mönch auf Level 5 die Frage ist jetzt lohnt sich das überhaupt weil teilweise brauchen ja super viel Erfahrungspunkte zum Beispiel der Red Mage um den zu maxen muss man für das letzte Level 999 Erfahrungspunkte haben und das wäre ja gar nicht mal so geil weil ich weiß nicht ob ich in dem Run dann noch irgendwie so eine Klasse so weit leveln kann wo ist denn der Ranger der Ranger äh braucht für die letzte Stufe nur 400 okay keine 500 keine 999 oder so okay nice dann können wir ruhig Jäger reindrücken 999 aber dafür weniger Level insgesamt das nimmt sich nicht viel ist das so schauen wir nach ähm Red Mage der hat auch 4 Level wie jetzt der Jäger und der Red Mage muss insgesamt 160 plus 1000 also ungefähr 1160 AP sammeln um den zu maxen der Jäger dagegen braucht insgesamt für max Level äh 60 169 äh ne 195 600 nur 600 ich kann noch vergleichen mit einem White Mage den ich hochgelevelt habe der viele Level hatte da waren es 400 470 ähm 520 550 570 580 ist auch viel viel weniger Samurai hatte ich das Gefühl hat sehr lange gedauert mal gucken wie viel der war ähm wo sind die Samurai Samurai war jetzt bei ähm 6 720 780 äh 810 820 ja Samurai hat jetzt echt ewig gedauert und der brauchte auch noch 300 AP weniger als der Red Mage das ist schon das gleicht sich nicht aus das ist schon sehr viel was der Red Mage da braucht das ist schon sehr viel äh ok wir machen Jäger mit äh äh jetzt sehen die Nagel ne so damit ich schön weiter Geld werfen kann äh so hab ich keinen Bogen oder so doch ich hab hier einen Bogen aber der ist recht schwach äh 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 ja ja ging ja nicht der ging ja nicht ganz am Anfang aber ja man hätte ihn so früh wie möglich machen müssen am besten Es gibt später einen Gegner, der sehr viele Punkte gibt. Bei dem habe ich meinen Red Mage gelevelt für Dualcast. Ja, ich werde jetzt nicht grinden. Das war ja nur so eine Dingensidee, wenn ich ja eh schon die ganze Zeit das Spiel eh normal spiele hier, ne? Und ich muss ja sowieso oder so hier und da kämpfen und so. Und dann kann ich ja unterwegs ein paar Klassen auch maxen. Aber ich will mir jetzt nicht hinstellen und dann jetzt irgendwie grinden oder so, damit ich nur eine bestimmte Klasse maxe. Das brauchen wir denke ich nicht. Außer ich kriege am Ende mies aufs Maul oder so. Okay, wir machen den weiteren Monk hier, ne? Noch einen Monk. Wir haben jetzt eine komplette Monk-Gruppe hier. So. Hallo? Weil man ein Tänzermesser nicht mögen kann. Was? Wieso magst du ein Tänzermesser nicht? So ganz nett. Macht doch so immer Status-Effekte. Man muss nicht grinden, für den, äh, der Gegner kommt so oder so. Also habe ich davor nicht alle zu Red Mages gemacht. Ja, keine Ahnung. Ich sage es, wie es ist. Brauchen wir nicht. Juckt mich jetzt nicht der Red Mage. So. Äh, ich gehe nochmal kurz schlafen. Ein paar Items holen. Und dann gehen wir zu Bar Mutschi. Äh, gibt es hier kein, kein Bettie? Kein Schlafie? Ich würde vielleicht einen geilen Bogen gerne irgendwo hier kaufen. Kann ich im königischen Gemächern schlafen? Ha, schade. Einfach im Bett des Königs pennen. Hier kann man doch bestimmt schlafen, oder? Nein! Doch, hier. Ich muss heute an dich denken, weil jemand auf der Arbeit mit Nachnamen Kegien heißt. Starker Nachname. Leider keine, keine Bögen. Starker Nachname. Hast du Bruder Magie zu ihm gesagt? Die Dame ist über 80. Ja, kennt die bestimmt trotzdem. Die wird bestimmt schon oft erst drauf angesprochen. Aber weil ganz Deutschland kennt mich. Ich denke mal nicht, dass die arbeitet, sondern dass sie eine Kundin war. I guess. haben wir jetzt Leider wieder. Ja, wir sind wieder voller, voller, voller Trupp. Äh, und mir gefällt das hier nicht. Äh, das muss so, äh, so und so. Wir können den Riss zwischen den Dimensionen dort betreten, wo Schloss Tycoon gestanden hat. Die wurde auch direkt zum Mönch. Ja, ich pushe gerade bei allen Mönch. Beilen wir uns. Nicht mehr lange und X-Dev besitzt die volle Kontrolle über das Nichts. Aber Guido hat doch gesagt, wir sind nicht stark genug, um gegen ihn bestehen zu können. Wir brauchen die zwölf legendären Waffen. Sie liegen im Schloss von Kusa, dem Schloss der Siegel. Kommt, lass uns keine Zeit verlieren. Kann ich theoretisch jetzt schon zum X-Dev gehen, Chat? Nee, ne? Diese Narren, Digger! Immerzu wollen sie einem Weiß machen, die Kraft ist Nichts, sei Nichts zu kontrollieren. Ich rufe dich an, Kraft ist Nichts, zeig deine wahre Gestalt! Ich besitze auch die Kontrolle über Nichts. Gehe hin und zerstöre alles, was deine Bahnen kreuzzt. Zeige uns deine wahre Macht! X-Dev, wenn du alles und nichts störst, dann gibt es nichts mehr. Aber du willst doch, dass alle vor dir knien. Du willst doch die ganze Welt unterwerfen und über die ganze Welt regieren. Aber wie willst du über die ganze Welt regieren, wenn es nichts mehr gibt? Ist der dumm? Du kannst du theoretisch ins Nichts, ja, aber keine Ahnung, ob man ohne Waffen durchkommt, okay. Ist das vielleicht irgendwie so Challenge-mäßig? Du kannst zu X-Dev, der Kampf wird halt super schwer oder so. Die ganzen Städte, sie werden ins Nichts gezogen. Kann es sein, dass der dumm ist oder so? Ich glaube ja. X-Dev, hör auf damit! Ja, die hören bestimmt dich. Hörst du mich, X-Dev, hör bitte auf! Du doofi, doof Mann! Mach das nicht! Okay, er zieht sogar die Mogri sind nichts. Der ist wirklich, der ist wirklich gottlos. Kubu, Cryley, Kubu, Kubu! 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 Wie jetzt jede Stadt gezeigt wird, ja klar. Das waren alle unsere Freunde. Wie grausam. Da auch. Die Heimatstadt von Ricky. Lix. Dass er wirklich so weit gehen würde. Wir haben dort ja überall Freunde kennengelernt und so. Und das wird jetzt gezeigt. Moaaaaaaaaaaaah! Er ist wütend. Okay, was passiert? Wir werden irgendwie irgendwo hingezogen? Die fliegen jetzt die ganze Zeit rund um die Welt. Immer wieder und immer wieder. Ricky, Schluss. Jetzt reiß dich zusammen. Ah, er ist so wütend. Er gibt jetzt einfach Vollgas. Okay, der Nordberg. Wo war nochmal der Nordberg? Das war nicht der Nordberg. Aber, gab es hier einen coolen Bogen? Karnak? Habt ihr auch ganz viele Schulden bei Karnak, Chat? Hm, 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 hm. Hey, Alexa, was geht ab? I guess das ist der Berg, wo wir damals auch den Winddrachen geholt haben, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Das hier ist neu, by the way. He's in a city. Gibt's hier einen coolen Bogen? Karwen. Mhh. Es gibt keine coolen Bögen in dem Spiel. Mein Abo ist ein solider Middle-Ager. Ager. Finde ich stark. Dankeschön für Tier 2, die. Vielen Dank. Geht's dir besser mit deinem Bein mittlerweile? Also, ich würde ja sagen, hoffe, ja. Aber ein hoffe, nein ist eigentlich auch geil, ne? Längere Urlaub. Hehehe. Äh, das könnte der Berg hier sein. Aber wie bin ich da nochmal hingekommen? Bin ich wirklich durch die ganze Wüste gelaufen? Der solide Edgar. Ich könnte auch hier nicht landen. Kann ich im Turm landen? Kann ich auf dem Berg landen? Hey, wie ist man hier normalerweise hingekommen? Ich kann hier nirgendwo landen. Ich hab morgen erst einen Physiothermin. Uh. Und darf anfangen aufzutreten und dann wird geübt. Wieder das Laufen neu lernen. So nostalgisch. Äh, ja. Gibt's dir vielleicht jetzt eine neue Höhle irgendwo? Auch nicht. Ähm, Chocobo? Hier drin oder so? Nee. Ähm. Die Wüste gab's früher nicht. Brauchst eine Möglichkeit, im Wald zu landen. Die gab's nicht. Moment, sind die Welten mittlerweile zusammengeführt? Die Welte liegen mir größer aus als sonst. Ja, naja, stimmt. Doch, die wurden letztes Mal zusammengeführt, ne? True. Der kann nicht fliegen. Ja, wir hatten irgendwo doch einen schwarzen Chocobo gehabt, der konnte fliegen und in Wäldern landen. Aber wo haben wir den hergeholt? War das nicht irgendwo unten? War das überhaupt in dem Teil mit dem schwarzen Chocobo schon, oder? Bin ich verwirrt. Ja, ich hab mir die Map jetzt nicht so gut gemerkt, ne? Weil wahrscheinlich konnten wir in der anderen Map an Orte ohne Fliegen gar nicht hin. Aber jetzt kann ich da überall hin. Weil wir, weil die Welten sich vereint haben. Forkturm. Fork! Die Welten sich jetzt vereint haben und ich dort jetzt an Bereiche hingehen kann, wo ich noch nicht war mit dem Flugschiff. Aber ich hab mir die ganze Karte nicht gemerkt. Muskulatur wiederfinden, der rechte Unterschickel sieht so traurig aus. In dem Game gibt es auch einen Typen, der hat eine wilde Quest für einen. Hatte sowas auch noch nie gesehen. Was für eine wilde Quest, hä? Bei mir ist alles in Ordnung, ja. Sid und Mid sind damit heimgeflogen. Wo sind die denn hingeflogen? Aber ja, ich erinnere mich. Die sind doch von Komete zu Komete mal geflogen. Was war deren Heimat? Gibt es sonst noch neue Punkte? Also wir haben auf jeden Fall zwei neue Türme. In den einen Turm kann ich nicht rein, weil wir dort nicht landen können. In den anderen Turm kann ich nicht rein, weil uns wahrscheinlich irgendwie ein Item fehlt, um durch diese Fogwand durchzugehen. Die Quest heißt, ich habe gehört, man kann mit einem Chokoboom die ganze Welt reisen, ohne abzusteigen. Sowas zu sehen, würde ich die Person reichlich belohnen. Was? Ist das jetzt ein ein Hint an mich? Oder was versuchst du mir zu sagen? Nein? Der Berg war aber nicht gemeint. Oder? Ne, Windrachental. Das klingt dann nach einer guten Quest. Wo gibt es die Quest denn? Ich bin interessiert an einem Chokobo, der überall hin kann. Thule? War das deren Zuhause? Das war irgendein Ort mit einer Kneipe oder so. Da war es Zit. Aber ich weiß nicht mehr, was es war, wie die Stadt hieß. Dann gab es hier eine Kneipe. Ja, hier gibt es eine Kneipe. Oh, drei Tänzerinnen. Aber hier ist er nicht. Es gibt eine Stadt oder ähnliches ganz unten bei diesem Bogen. Da ist ein kleines Feld an Wald. Da ist eine Stadt irgendwo in der und da ist der Typ. Trugstadt. Wir reisen durch die Zeit, leben zwischen den Dimensionen. Ui. Das ist was Neues hier. Ich muss sagen, Kopfhörer haben den Brillentest nicht bestanden. Tut weh. Jetzt bin ich blind. Diese Stadt treibt in dem Riss zwischen den Welten. wie nennen sie Trugstadt. Das habe ich bei jedem Kopfhörern gehabt. Ich glaube, das liegt einfach generell an meinem Gehirn. Beim Gehirn an meinem Kopf. Eine Stadt wie eine Fata Morgana so nah und doch so weit weg. Ein Augenblick, ein Stundenschlag, tausend Jahre sind ein Tag. Na, wie gefällt euch das? Gar kein übeles Lied, was? Ne, ich habe gar keinen Bock auf Kontaktlinsen. Das ist ja nur hier am PC das Problem. Ansonsten trage ich ja nirgendwo diese Kopfhörer außer am PC und am PC ohne Brille geht ja voll klar. Bei mir liegt es halt hauptsächlich an den Ohren, weil zwischen ähm der Bügel liegt ja hier so ne und die Kopfhörer drücken hier drauf gegen das Ohr. so dass der Bügel hier dann kriege ich quasi hier Schmerzen an den Ohren. Hier an den Ohren Warte, wir brauchen rot. Hier an den Ohren kriege ich Schmerzen und hier am Kopf. Deshalb mache ich bei meinen, mache ich das oft, wenn ich das eine längere Zeit trage, zum Beispiel bei meinen alten Kopfhörern habe ich das immer so gemacht, dass ich die Brille so quer gemacht habe, so quer reingesteckt habe, dass die halt der Bügel dass der Bügel hier ist. Hier. Und hier tut es dann nicht weh. Ja, ich weiß nicht, ob man das einfach das hier, ob man das hier einfach nur sehr lange enduren muss und sich dran gewöhnen muss und dann geht der Schmerz irgendwann weg. Weil ganz am Anfang, als ich zum ersten Mal angefangen habe, Brille zu tragen, vor irgendwie zehn Jahren oder so, oder sogar länger, hatte ich immer hier Schmerzen auf der Nase. Ich konnte die Brille nicht lange tragen wegen Schmerzen auf der Nase. Und mittlerweile habe ich das auch nicht mehr, Schmerzen auf der Nase. Ich denke mal, das ist auch eine Sache, die muss man einfach sich dran gewöhnen, aber es ist halt echt ekelhaft. Wird leider nichts sehen ohne Brille. Kopfhörer sind immer irgendwie so unangenehm, drückt immer zwischen Ohrmuschel und Schädel. Ja, ja. Ich habe auch schon oft immer überlegt, irgendwie auf Dinge zu wechseln, auf In-Ears für Streams, aber an sich brauche ich das am PC nicht. Ich habe immer nur das Gefühl, dass wenn ich eine Brille am PC aufhabe, bei langen Streams, dass ich dann lange wacher bin, weil ich dann meine Augen weniger anstrenge, weil ich teilweise dann weiter weg sitze oder sowas und dann meine Augen automatisch irgendwie zusammenkneife oder so. Und dann habe ich das Gefühl, vielleicht ist es auch nur Placebo und das bringt gar nichts, aber ich habe das Gefühl immer, dass ich dann irgendwie meine Augen nicht so schnell müde werde. Frosch! Tempo! Ich habe ein Ohr, was absteht, wenn ich lange Zeit Kopfhörer trage. Tut das dann auch weh, weil es halt unnatürlich an den Kopf gedrückt wird. Auch ohne Kopfhörer dann aber wie. Gab es auch nicht so eine Brille mit Nasenklammer? Ja, genau, so eine Brille brauche ich mit Nasenklammer. In-Ears finde ich auch unangenehm. Das drückt mir irgendwann am... Also mir tun In-Ears nicht weh, aber ich mag den Sound von In-Ears nicht. Aber ich habe auch nie irgendwie teure In-Ears gehabt. Immer nur so billige, die mit dem Handy mit dabei waren oder sowas. Eigentlich brauchen wir gar keine Wagen. Oh, doch, Bogen brauchen wir. Attacke 0. Ein Bogen, der manchmal stumm beim Gegner bewirkt, kann mit einer Hand geführt werden. Wieso macht der 0 Damage? Hä? Das ist ja mega scheiße. Da brauche ich den auch nicht. Nee. Ich habe meine Brille früher nur fürs Zocken getragen, aber irgendwann habe ich öfter Migräne ohne bekommen. Darum trage ich die einfach immer mittlerweile. Der böse Hexe Enur wollte sich mit der Kraft des Nichts diese Welt zu eigen machen. Doch stattdessen hat das nichts von ihm Besitz ergriffen. Ob das unserem Ex-Daddy auch passieren wird? Ich bin gespannt, ob ich irgendwann eine Brille brauche. Mein Väter brauchten irgendwann eine fürs Auto fahren und mein Bruder auch. Ich finde es heraus. Gehe zum Augenarzt. Zum Optiker meine ich. Ich finde es heraus. Wie komme ich in den unteren Teil der Stadt? Ich muss irgendwie da hin. Ich muss irgendwie den unteren Eingang benutzen. Dann bin ich da unten und kann durch die Tür gehen. Chat, wie komme ich hier weiter? In den anderen Stadt der Teil. Äh, in den anderen Stadt der Teil. In den anderen Teil der Stadt. Oh mein Gott. Oh, hier. Ich habe es. Okay. Man kann hinten rein. Ich habe hier was für euch, aber es kostet euch was. Ihr müsst dafür auf einem gelben Chocobo einmal um die Welt reiten. Na, wie hört sich das an? Aha. Aha. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier in der Stadt irgendwo ein Klavier steht. Okay, haben wir hier irgendwie einen Bosskampf? Eine Beschwörung versteckt? Ich habe sehr spät eine Brille bekommen. Mein Gehirn war irgendwann nicht mehr gut genug, die Hornhautverkrümmung auszugleichen. Einfach dagegen ankämpfen. Okay, was? Was? Wie bitte? Willkommen. Wie kann ich dienen? Oh, ein geheimer Shopchat. Fumaschuriken. 117 Damage! Die sind zum Werfen. Für den Ninja. Da brauchen wir alles nicht. Wahrscheinlich brauche ich hier irgendein Item. Meine Wonderland. Jetzt trage ich fünf Minuten keine Brille und meine Augen wären gerade direkt schon müde. Okay, da kommen wir wahrscheinlich raus, wenn diese blau leuchtende Tür aufgeht. Da ist ein schwarzer Chocobo hinten. Man muss die Quest machen und dann kriegt man ein Chocobo. Ach, scheiße. Ich habe keine, was meine Dioptrie ist. Ich war seit 100 Jahren nicht beim Optiker. Ich müsste eigentlich hin und ich bräuchte eine neue Brille. Ja, wie komme ich da hin? Hier ist es nicht. Weil ich glaube, da unten ist glaube ich eine Höhle. Okay, hier komme ich auch gar nicht durch. Nee, hier ist keine Höhle. Okay. Aber da komme ich durch die engen Stelle glaube ich nicht durch. Hey, Reiki. Oh, doch, komme ich. Zählt das schon als einmal um die Welt gelaufen? Oder muss ich wirklich komplett auch oben landen? Weißt du das noch, Soul? Ich meine, ich laufe einfach mal komplett ab dem Moment, wo du da dran vorbeiläufst, zählt die Runde. Also jetzt. Okay, also kann ich wieder zurücklaufen. Meiner war auch schon mit Sekundenkleber geklebt. Vier Jahre alt und total zerkratzt. Eigentlich gut, dass die beim Konzert kaputt gegangen ist. Jetzt schon länger durchgezogen. Irgendwann mache ich bestimmt das. Dieses Jahr bestimmt mache ich das noch. Hol mir eine neue Brille. Bestimmt. Nein, du musst jetzt einmal lau... Okay. Wirst du eh nicht? Doch, doch. tut halt nicht Not, ne? Ich benutze ja eh nicht so viel. Ist halt nicht so dringend. Neue Brille kommt mit neuem PC. Ja, PC läuft noch. Tut nicht Not. Freue Roffel. Dankeschön für 40 Monate. Warte. Ich habe hier nochmal 20, 70 rumliegen, wenn du die brauchst. Ich brauche halt mehr als nur eine Grafikkarte. Ich muss halt alles neu machen. so, ich bin durch. lieber ein bisschen weiterlaufen. Zu spät. Wahnsinn! Ihr habt tatsächlich einmal die Welt umrundet. Das nenne ich abgefahren. Dann gehört dieses hier euch. Versprochen ist versprochen. Mirage Weste. Mirage egal diese Weste. Ich dachte ich kriege jetzt einen schwarzen Chocobo. Eine Weste, die ein Trugbild erzeugt, um den Gegner zu täuschen. Cryley kriegt sie unsere Heilerin. Bestimmt ist das voll geil. So, Hubble Dabble glaube ich meinte gerade hier gibt es noch einen geheimen Gang. Ich mache einfach hier Fähigkeiten und Gänge finden. Hier keine Gänge. Hier ist ein Gang. Okay. Klavier. Boah! Was denn da passiert auf einmal? Ein Virtuose auf dem Klavier. Bist doch noch lange nicht, aber vielleicht eines Tages, wenn du fleißig weiterübst. Das war schon stark. So, da ist der Chocci. Scheiß auf Boko. Wir haben hier Schmocko. Oh, die Karte kann man groß machen. Lol. So, das bestimmt jetzt der Nordberg. Apropos Boko, willst du eine neue Beschwörung? Schieß los. Nordberg. Okay, let's go. Meine Mönch-Armee! Hier waren wir schon mal, ne? Glaub ich. Doch, wir waren hier, ne? Ich renne mal fix durch. Bis zu Bahamuchi. Und dann wird er uns löschen. Stark. jetzt mit Faris im Team wieder zur Piratenhöhle. Okay. Bahamuchi! Bahamuchi! Ist das hier eigentlich optional oder ist das Main-Szenario? Ich glaube optional. Ihr, die ihr das Siegel gebrochen habt, besiegt mich im Kampf und meine Krämpfte Säulen Okay, ich bin tot. Er ist bestimmt OP. Superboss. Endboss. Zieh die Nage! 5000. Ich kaufe ihn einfach. Ich muss ihn gar nicht bekämpfen, ich kaufe ihn einfach. Po, 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 po! 1000 Damage. zombie-alarm, äh, zombie-atem. Zombie-alarm! Machen! Keine Ahnung, wie ich da zombie-alarm rausgelesen habe. Okay, Judd, sein Leben ist teilbar durch 5. Schade. Mega-Fleer! Ich bin tot! Aaaaaah! Also gut möglich, dass der Angriff gescriptet ist und der immer kurz vorm Ende kommt. Dass der kurz vorm Ende kommt und mein Team muss stark genug sein, um das zu überleben. Ich kann mich halt buffen mit Schutz und Protests, aber das wird den Schaden von dem Boss wahrscheinlich nicht um 50% reduzieren. Zombie-Atem jeden Morgen. Dass wir vielleicht so 20% weniger Damage machen. Aber der hat jetzt 2700 oder so gemacht und mein Team hat 1000, mein höchster hat 1700. Ich glaube, wir müssen später hierher kommen, wenn ich stronger bin. Oh, ich weiß, was ich vergessen habe. Ich habe vergessen, in der Stadt ein paar Hütten oder Zelte zu kaufen. Ich weiß, ihr seid alle vergiftet und seid voll am Leiden und so. Schlafen wir aus. Alles gut. Kurieren wir aus. Ich müsste mal dringend eigentlich auf Toilette. Aber ich bin faul zum Aufstehen. wieder ein paar Zelte. Nimm die Karaffe! Ne, da ist noch was drin zum Trinken. Dann vermische ich das ja und dann schmeckt das nicht mehr. Das war perfekt gerade mit dem Absteigen. Genau das ist mitbekommen und dann abgestiegen. Wahrscheinlich komme ich auch hier nicht rein in den Phönix-Turm. Oh doch! Oha, eine Wand! Ich habe Angst vor Wänden. Okay. Starker Damage. Brauche ich oder ziehen die Nagel? Holger! Auf sich selbst. Okay. Er ist am Verrecken. Okay, nice. Fares hat Tiere gemeistert. Okay. Er hat einfach Tiere gemeistert. So. Okay, Chat. Aber ich gehe jetzt auf Toilette. Ich muss dringend. Ähm. Ja, ich denke mal, hier kriegen wir noch eine Steinplatte. Von den Vieren. Dann holen wir gleich noch einen Chocobo. Äh, Chocobo sag ich. Gehen mit Fares in die Piratenhöhle. Holen wir uns da eine neue Beschwörung. Leviathan oder so. Und dann brauchen wir noch zwei weitere Tafeln. Und ich glaube, dann geht's zum Finale, ne? Also in die finale Welt. In das Nichts. kurz ein Zelt aufbauen, I guess. Und dann gehen wir noch mal rein. Und dann gehen wir noch mal rein. Zelt. Genau, Fantreffen bei mir zu Hause. Und natürlich hinterhalte acht Boxen, das wäre auch stark. Moment, ist jetzt der Typ wieder da? Wow. Der ist jetzt ein anderer Typ da. Okay, ist immer random. Er steckt einfach so zur Hälfte in der Wand. Einfach help me, bro. I'm stuck. Und dann schauen wir, wer alles in deinen Kühlschrank passt. Cool. Okay. Sind das immer dieselben Wege? Nur, entweder kannst du Glück haben und kriegst keinen Kampf. Oder du hast Pech und kriegst einen Kampf. Aber die führen einfach zum selben Weg immer. By the way, hier muss ich Kämpfer machen. Hier gibt's was zu klauen. Lernen. Lernen. Und zwar gibt's hier zu klauen... Etwas zu klauen von dem Pa... Partenope-Gegner. Partenope. Kein Name, wie auf Deutsch heißt. Werden wir gleich herausfinden, vermutlich. Da ist er, Partenope. Wer von denen ist es? Die obere ist Partenope. Die kann irgendein Roulette machen. Totentanz. Okay, zu nem Zombie geworden. Stark. Bedeutet jetzt Zombie, dass die nicht auf meiner Seite mehr sind? Ich dachte, Zombie bedeutet einfach nur, dass die nicht mehr geheilt werden können. Aber die sind jetzt komplett auf der Seite des Gegners. Ah, man. Muss jetzt diese Cherry kommen, Alter? Danke. Ja, cool. Also damit würde ich jetzt killen, die anderen, oder? Ja, ist doch gut. Da, Todesroulette. Stark. Ja, wow. Cool. Cooler Kampf. Ich glaube, das Roulette brauche ich nicht, Chat. Ich glaube, das Roulette brauche ich nicht. Ich sag's, wie es ist. Oh. Ähm. Ich hätte gerne Elixier. Jippie, juhu. Flucht. Wird 400 FP gegeben. Kann er nochmal kommen? Wie selten ist der hier? Jo, zwei Mönche gemeistert. Crazy. Spielst du ab und zu Kingdom Hearts? Im Stream? Ne, ne. Aber wenn Kingdom Hearts 4 kommt, dann machen wir vielleicht hier nen Marathon. Okay. Ähm. Dann sind wir jetzt. Gib den insgesamt fünf Mal. Okay, der kann kein zweites Mal jetzt hier vorkommen. Der gibt's nur einmal in diesem Dungeon. Du, 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 du. Ach, es gibt vier Töpfe in dem Dungeon. Und dort kann er überall zufällig drin sein? Das ist ne zufällige Falle. Okay. Okay. Äh, ja, wir können jetzt Berufe wechseln wieder. Jetzt hat der Ritter, Mönch, Dieb und Paladin gemeistert. Was? Was geht mit dem Chat? Als nächste Klasse. Ich brauche eigentlich gar keine mehr. Geomant. Äh, die passiven Sachen sind halt jetzt interessant. Abilities. Wir gucken uns nur mal kurz an, was es so für Abilities gibt. Oh mein Gott, die Werbung. Oh mein Gott, die Werbung. Also wir brauchen hauptsächlich sowas wie Prozente. Sowas hier MP. Mon kam jetzt fertig. Äh, hier den Artful Dodger hat er schon. Call, Equip Access, Spellblade. Catch, Lightstep. Was ist Lightstep? Achso, Lightstep war das, dass ich überall drüber laufen kann. Rapidfire, Sing, Equip Lancer, Equip Ribbons. Äh, Ia, Nuki. Ähm. Known as F-Draw. Also Samurai taking two turns to use. Okay, das muss man benutzen, das brauchen wir nicht. Revive, Undead. Okay, das können wir. Ja, er ist schon fertig, Chat. Wir haben nichts mehr für ihn interessantes. Wir können ihn jetzt schon auf Allrounder machen. Wir, äh, gibt nicht wirklich irgendwas interessantes auf ihn beibringen können. Erst, Ricky ist quasi schon ausgelernt. Jetzt können wir den Allrounder geben. Und dann kriegt er, ähm, kriegt er, der Plan war ja, dass er Klingenmagie macht. Mit einem dicken Zweihänder. Das war ja so, actually, der Plan. Moment, Chat. Ah, ja, doch, doch, doch. Okay, Schleife. Ich wollte gerade sagen, kann er überhaupt Schleife tragen? Weil dann hätten wir vielleicht Tänzer leveln können. Aber, okay, Schleife kann, kann er tragen. Weil Allrounder kann ja alles tragen, ne? Muss er zwei Hände ausrüsten? Äh, boah, gute Frage. Ob er das dann überhaupt ausrüsten muss? Ich mach mal das weg. Kann ich das wieder wegmachen? Mal Sprint rein. Ne, dann wechselt er auf. Wechselt er auf Schild. Das ist, äh, bei Dingens auch so gewesen. Irgendwo hatten wir das auch gehabt. Dass er das irgendwie ausrüsten muss. Irgendwas, keine Ahnung was. Aber er muss es, muss es haben. Ähm, warte. Hier. Wenn ich das jetzt weglege, dann macht er nicht so viel Damage. Dann macht er trotzdem nur 84. Und wenn ich ihm jetzt da aber die Fähigkeit gebe. Macht er 130. Der muss das ausgerüstet haben. Bei zweihändig ist das irgendwie weird. Ich weiß auch nicht wieso. Das war beim Dingens. Als ich hier den, den Ritter gelevelt habe. Ich musste ihm auch zweihändig geben. Damit er das zweihändig tragen kann. Obwohl es ja auch seine Meisterung eigentlich ist. Super weird. Ähm, okay. Dann haben wir den Allrounder. Äh, Lena macht noch den Mönch voll. Äh, bei Crydichat. Können wir theoretisch auf Rotmagier gehen. Und hoffen, dass das vielleicht noch die 1000 fertig werden. Die 1100, wie viele sie auch braucht. Weil alles andere wäre jetzt glaube ich nicht mehr so interessant. Wir können halt höchstens noch Deep machen. Dass die auch mehr Agilität hat. Aber ansonsten Rest wäre recht uninteressant. Boop, 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 boop. Weil wenn sie Dualcast hat, dann kann die doppelt beschwören oder so. Die Stats vom Allrounder. Ist das gut? Ist recht, Magie ist halt recht wenig, aber wir haben ja immer keine Magie Klasse beigebracht. Boah, ist okay I guess. Okay. Ähm. So, ja. Die anderen müssen noch leveln. So, wo sind noch mehr Krüge? Ich brauche mehr von diesen Krügen. Ich brauche mehr von diesen Krügen. Ich brauche mehr von diesen Krügen. Jo, guter Bestie, Alter. Wieviel macht jetzt Ricky Damage? Ohne Kling-Magie? Solid. Er lebt. Scheiße. Ohne Kling-Magie? Solid. Scheiße. So, und jetzt bräuchte der Rollt-Magier jetzt schon 999er für die letzte Stufe. Das ist halt echt viel. Das sind zwei von den Töpfen und dann sind wir schon fast fertig. Wo sind die ganzen Krüge? Okay. Das heißt, wenn ich jetzt hier speichere, überschreibt die Kling-Magie das Eis? Das weiß ich gar nicht. Eine Falle. Ich hätte gerne ein Lixier. Haha, der zweite Chat! Let's go. Yippie! Nice. Okay, dann wären die beiden auch fertig. Ich glaube, Pharis haben wir jetzt auch komplett durchgelevelt. Nee, Pharis müssen wir noch nen Mönch machen. Pharis müssen wir noch den Mönch fertig machen. Oh. Dü-dü-dü! Dü-dü-dü-dü! So, und hier bei Lena. Die hat den Mönch. Den brauchen wir auch den Red Mage, ne? Ja. So. Nochmal hier speichern. Okay. Hier ist aber schon Schluss. Oder? Hä? Junge, wie weit geht der nach oben? Boah! Boah! Frost, seine Schwäche. Warte, jetzt lass mal kurz was testen. Und zwar... Was ist, wenn ich jetzt auf das Frostschwert nochmal Frost mache? Und jetzt angreife. Und jetzt angreife. Hat schön reingeschöppert, wie John Shepard. Okay, Chat. Wie der... Der Gamble, dass ein Pod kommt. Okay, hier kommt keine Falle. Falle. Okay. Und? Ja! Fühlt sich gerade ein bisschen an wie ein Cheat. So, okay. Okay. Ja, dann ist jetzt Vares fertig. Vares können wir jetzt auch schon auf Allrounder wechseln. I guess. Da ist ein Kobold in der Basie, ja. Weil Vares braucht jetzt auch nichts mehr. Also wir können halt Vares jetzt auch noch Dieb beibringen. Theoretisch. Damit er auch agiler... Damit sie agiler ist. Mann! Das ist echt ein sehr großer Turm. Warum will man zurück zur Allrounder? Ist das nicht die Standard-Beginnerklasse? Äh, die übernimmt von allen Klassen, die du gemeistert hast, die... Wieso spammt der Elixier? Oh mein Gott. Ich habe auf Auto gemacht, der spammt der Elixier. Scheiße. Äh, die Allrounder-Klasse übernimmt alle passiven Sachen von, äh, deinen gemeisterten Klassen. Und Leute, unser erster Rot-Magier ist fertig. Cheat aktiviert. Cheat aktiviert. So, der erste Erst-Magier. Wir schaffen niemals Rot-Magier. Ja, ich wusste nicht, dass... äh, wahrscheinlich meinte die Person vorhin, genau diese Gegner... Ich dachte nicht, dass sie jetzt auf dem Weg einfach in einem Story-Dungeon vorkommen oder so. Und dann noch so viel geben. Ich dachte, das sind irgendwie Gegner, die geben dann wahrscheinlich so 80 FP oder so. Aber ich dachte nicht auf 400! Wieso machst du eigentlich keine YouTube-Videos mehr? Mach ich, ich hab neue Kanäle, check die ab. So, das heißt, hier sind wir auch fertig, ne? Äh, Moment, aber... Ich hab etwas nicht gedacht. Chat, wo ist Doolcast? Wo ist Doolcast, Chat? Hä? Magiefolge heißt das? So, das hab ich jetzt nämlich nicht bedacht. Wenn ich zum Beispiel jetzt Magiefolge drin habe, aber zum Beispiel hier jetzt keine Weißmagie drin habe, kann ich mit Magiefolge trotzdem Weißmagie benutzen? Kann ich trotzdem benutzen? Okay. Ich dachte, ich musste... Also... So, dann kann ich... Warte, ich probiere mal kurz. Ich gehe mal kurz in den Kampf. Ich muss mal kurz testen. Ne, Handgegner an. Oh mein Gott! Schnell weg. Magiefolge. Wie? Aber meintet ihr nicht, man kann mit Magiefolge auch Beschwörung doppelt benutzen? Äh, nee. Ich helfe den Job Meme für Magier, damit du noch Weißmagie Stufe 6 hast und beschwören kannst. Äh, nee. Ich muss Beschwörung ausrüsten. Und dann kann ich doppelt Beschwörung machen. Aber wenn ich dann Beschwörung ausrüste, dann kann ich halt keine hohen, äh, kann ich halt keine Heilung einsetzen. Deshalb meinte Kasuro wegen Meme. Ja, so ist dann Dulkast ziemlich useless. Wie lästig ist es, äh, den Meme zu bekommen? Eigentlich gar nicht. Kann ich den jetzt schon holen? Ja. Wo ist der? Wer ist der denn? Eine Kanone, Alter. Deine Kanone. Das ist ein Kinkai neben dem. Ich habe kein U-Boot mehr. Mein U-Boot ist doch weg oder so. Ich habe keine Ahnung, wo ist mein U-Boot-Chat? Hat ihr mal mein U-Boot gesehen? Der ist nicht so, den kann ich nicht so gut bestechen. Wie viel, du willst jetzt eine Seite posten. Kann das jetzt eigentlich zu Ende gehen? Kann ich irgendwie sterben oder so? Oder eher sterben. Hi, Felix. Ja, Grille hat kein einziges Mal ein U-Boot-Chat verfehlt. Immer getroffen. So. Ich hab die Gegner nicht ausgemacht Fliehen nicht möglich Ich will nicht gegen die Frauen kämpfen Die sind super lästig Exitus Schade Die sind die Nerf, egal Boah, okay, sie ist wenigstens tot Todesklaue Ne, ähm Flammenwerfer Hans Da ist er Wow, ich hasse Hans Ich hasse Blaumagie in dem Spiel Boah, okay, chill Sorry, dass ich existiere Was ist dieser Damage Ach, fuck, ich hab die Gribbe und es bin dumm Du 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 Okay, welcher ist das schon, Chat? Das ist der Der vierte, oder? Also einen gibt's hier noch, ne? Abis-Töter gefunden, okay Was ist Abis-Töter? Bogen Äh Achso, Dieb kann gar keine Bögen benutzen Ach, scheiße Aber ich will nicht alle heilen A rare encounter, ja Ja, ich überlege gerade Wenn es ja noch theoretisch ein Pod noch gibt Wäre es nicht smarter, jetzt den Meme zu holen? Und dann erst hierhin wieder zu kommen Für den letzten Pod Äh, Redwage sind beide fertig, ja Ich brauchte viel Ach, den Meme muss man gar nicht leveln Den muss man gar nicht leveln, ne? Weil hier steht nichts von seinen APs Ne, warte Meme's only learn the ability mimic and the job has only one level Aber funktioniert das so wie der Allrounder? Dass der alle passiven Fähigkeiten bekommt? Ja, okay So Dich mögen wir gar nicht Rakete Klingenmagie Mach mir direkt mal hier Blitzker drauf Das wird er gar nicht mögen Der wird komplett reingeschallert Boom 9999 Holy shit Riggi Einfach broken mit den Elementen Aber wann endet dieser Turm? Niemals, sag das nicht Das ist jetzt kein Endlos-Dungeon oder so Oh, der sieht nach Ende aus Also 30 Etagen hat er dann, I guess Ich hoffe, ich kann da gleich zelten Scheiße, ich dachte, Eis ist in der Schwäche Schade Ach, Moment Fahrer ist doch schon fertig, by the way Also jetzt müssen wir nur noch bei Lena den Red Mage fertig machen Und dann müssen wir uns nie wieder um Berufe kümmern Dann haben wir das Spiel durchgespielt Warte, ich muss mal kurz testen Ob Nee, kann nicht doppelt Sachen tragen Oh, Lena ist auch schon fertig Oh, okay, cool Zeitmagie und Magiefolge Ja, mir ist schon klar, dass ich nur einen Bogen tragen kann Aber Sieht das Spiel gerade Einen Bogen stärker an als Zwei Einhände? Hä, weird Wieso gibt er mir den Bogen? Der macht Der macht Der macht 91 Attacke Aber wenn ich zwei Speere mir nehme Dann mach ich 123 Keine Ahnung, wie das Spiel jetzt die Waffen priorisiert Hier ist, wir haben noch Excalibur Weil das Spiel doof ist Ah Jetzt muss ich selber herausfinden, was das Beste ist Okay So Ah Fähigkeiten noch Mal kurz So, ich bin sehr gespannt, wie viel gleich Faris Damage machen wird Schnellfeuer Und Ist Chat Iannuki stark? Ist irgendwie auf alle Gegner Täubt den Gegner durch Ist das geiler als Zeninage? Heavy Rain haben wir gestern noch fertig bekommen Ja Shiradori ermöglicht es, gegnerische Angriffe auszuhalten Ähm Ich meine, wir probieren es doch mal aus, ne? So Okay Ich geh jetzt mal in den Raum rein, vielleicht kommt hier ein Zeltpunkt Ne Nein, 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 nein Lass mich doch erst heilen Ist das der Windrache, der dich gerettet hat? Okay, kein Kampf Tschau Hirio, warum springst du? Nein, tu das nicht Spring nicht, Hirio! Er sagt, er möchte dir helfen Hirio! Er ist einfach gesprungen Er fällt, Chad Wieso springt der Dach einfach nach unten? Diese Stille Und jetzt verbrennt er einfach Und jetzt stirbt er Lena Hirio wusste, als er nicht mehr lange zu leben hat Dann hat er also Als er mich im Wald von Moor gerettet hat Seine letzten Kräfte Er kam zu diesem Turm, um dir selbst im Tod noch einmal zur Seite zu stehen Hirio! Er ist wirklich verletzt vergessen Ja, ja, aber Kylie hat gerade gesagt Er springt Für dich In den Tod Was meinst du damit, Mutter? Wird es nicht schaffen Liebes Der Doktor hat getan, was in seiner Macht stand Doch wie es aussieht Kann sie nur eine aus der Einer Drachenzunge hergestellte Medizin noch retten Lena Wohin willst du mit diesem Messer? Du hast doch nicht etwa vor damit Halt! Eure Hoheit, lass mich gehen Sie will was bei ihm abschneiden Für die Medizin Prinzessin Lena tötet ihn Und das Blut des Letzten der Winddrachen der Welt Klebt an deinen Händen Und außerdem Die Königin hat Hirio immer sehr geliebt Willst du damit wirklich seine Zunge herausschneiden? Ja Du Dummkopf! Schluchtsmutter Ah Er kommt jetzt als Phönix zurück Der Winddrach Hirio wurde zu einem Phönix Er legt seine Kräfte in Lenas Hände Und vertraut ihr seine Seele an Das beschwerere Monster Phönix erhalten Hirio, danke Cute Äh, so Habe ich irgendwas, um zu fliehen? So, da muss ich jetzt komplett runterlaufen Gibt's hier Fluchtseil? Hier gibt's auch keinen Teleport Bei Zeitmagie auch nicht Na gut, dann laufen wir, ne? Ja, Guides haben keine Ahnung Dann laufen wir halt wieder runter So Wo muss ich hin für den Meme? Zeitmagie hat nichts Doch, Teleport Gerade übersehen Extra reingeschaut, aber nicht gesehen Ähm, okay Wo muss ich den Meme holen, Chat? Das war aber ein starker Turm Wir haben Phönix bekommen Und Einfach super viel AP Äh, aber ja, mein U-Boot Ist ja laut Kazuro schon in meinem Chat In meinem Boot Bin wieder da, was klappt Was hast du dir zu essen geholt? Weil ich hätte jetzt auch keine Ahnung, wo ich in der Story weitermachen soll Oh, was, ich geh mal kurz schlafen Turm von Wales Turm von Wales Ja, da müssen wir dann von unten rein Weil der ist ja abgefackelt Abgestürzt, was auch immer Schlafimachi, genau Okidoki Siegelschloss Digga, was für ein Siegelschloss Achso Da, wo die Steintafeln brauchten Boah, wo war denn der nochmal? Und wo war die Piratenhöhle nochmal? Äh, die war ja recht early irgendwo, ne? Und die muss ja irgendwo am Wasser sein Warte, haben wir die noch markiert auf der Weltkarte? Bestimmt, oder? Piratennest ist Hier Hier drin Das ist einfach nur ne Höhle Das ist die richtige Höhle? Hier steht nur Höhle Höhle Ja, jetzt verwandelt sich noch Also Lenas Lenas Drache Verwandelt sich in einen Phönix Und Faris Komischer Schlange Verwandelt sich jetzt In Leviathan Ok Ja Döner und ein Getränk Von Absalant Bei Mehmet drüben Mit extra Schaf Und einem Trinkjoghurt Sildra Du Du lebst Sildra Ist bereits gestorben Aber als Leviathan Wiedergeboren Faris Siehst du etwas? Etwa nicht? Sildra Ist da Faris Du bist dumm Da ist nichts Cryley Du kannst sie sehen? Sildras Geist jagt Er sagt Sie möchte Faris helfen Was? So eine gute Seele Jo Ciao Ciao Schirurken Ciao Einen guten Start Schirurken Schirurken Ne Sildra Wirklich Ich dachte wir kriegen Leviathan Bestes Geräusch im Spiel Bestes Geräusch im Spiel Dann lasst uns zum Siegelschloss gehen Warte ich check mal nochmal kurz ab Wegen U-Boot Siegelschloss ist hier Siegelschloss ist hier Versiegelt Vier Tafeln aus Stein Sind die Schlüssel zu den Siegeln Eine ruht bei den Seelen der Vergangenheit Von der Erde geschützt Eine ruht in einem Inselschrein Von Winden geküsst Eine ruht tiefer als der Meeresgrund Von Flammen umhüllt Eine jenseits herabgestürzter Fluten von Wasser Abgeschirmt Zusammen mit den Schlüsseln Für Ja 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 Und diesen werden Ja Ja Die ultimative Zausprüche Ja Die Magie Zeitraum Meteor Der König von Mereli Wirtan Und der König der Drachen Bahamut Dieses Buch wird euch Tür und Tor öffnen Auf dem Weg zu den Siegeln Kann ich schon mit dem ersten Stein was öffnen? Tret er vor das Siegel Und sprecht Und es wird eurem Geheiß Folge leisten Doch habt ihr geöffnet Derer drei Zerbricht die Tafel Und ist in zwei Drei Drei Siegel Das heißt wir können uns nur drei von den zwölf legendären Waffen aussuchen Okay Chat Ähm Dadurch dass ja Dadurch dass ja wir Allrounder spielen Können wir alle Waffen tragen Ich kann natürlich die Stats nicht sehen Wir haben hier Äxte Katanas Großschwerter Ähm Dementsprechend Wir brauchen auf jeden Fall die Sachen mit dem höchsten Damage Also das ist auf jeden Fall ein riesiges Schwert Excalibur Das könnte halt vielleicht recht stark sein Hier ist ein kleiner Dolch Der ist wahrscheinlich nicht so geil Das ist ein Katana Das Katana könnte halt geil sein Masamune ist auch ein Katana Könnte auch geil sein Aber Speer und Axt Keine Ahnung Meine Katze will direkt meinen Döner stehlen Ähm Die Harfe ist es Ja ich weiß nicht ob sie sich Stats mäßig großartig unterscheiden Oder ob sie noch irgendwelche speziellen Effekte haben oder so Ich meine wir werden wahrscheinlich eh ja die anderen ja auch holen Also wir werden wahrscheinlich ja mehr als nur eine Tafel holen Aber ich denke mal wir holen uns auf jeden Fall Excalibur ne Für Ricky So Excalibur 220 Damage Junge er vernichtet alles So und jetzt Saskes Katana klingt schon ziemlich cool Ähm Und Masamune ist halt auch cool Wir können halt beides Katana holen Doppel Katana Was mit Axt Ja Axt ist bestimmt auch stark Aber Sie heißt halt Runen Axt Und du hast Saskes Saskes Katana Und Masamune Ist ja viel zu krass Die klingen ja schon viel viel geiler Saskes Katana ist ein scheiß Dolch Ein legendäres Katana das manchmal Angriffe pariert Ein Katana das dem Träger den Erstschlag beschert Wirkt als Item im Kampf hast Das heilige Schwert der Legende Warte pass auf Chat Wir gucken mal kurz Einmal Mit den zwei Dingern hat Pharis 206 So Was ist wenn ich ihm Masamune gebe Dann hat er 214 So und Pharis jetzt Excalibur und Katana Dann hat 209 Ja ist eigentlich egal ne Ist halt cooler Wenn Riki das Excalibur trägt Theoretisch habe ich vorher gespeichert Und wir können nochmal raus Ja Excalibur und Masamune Ist dann die OP Combo Aber dann kriegt Riki ja kein gutes Schwert Dann kriegt er ein fucking Saskes Dolch Alter Saskes Katana ist ein fucking Dolch So okay Dann holen wir uns später auf jeden Fall noch I guess Als nächstes holen wir uns dann denke ich mal Irgendwie so ein Zauberstab oder so Weisenstab für Kryli Magusrute für Lena Und dann noch als dritte Waffe Entweder Axt oder Speer Um zu gucken ob die vielleicht geiler sind Saskes Das Schwert ist voll cool Es heißt erstmal Saskes Katana Okay Und das ist nicht cool Das ist nämlich ein Dolch Pharis Excalibur und Excalibur geben Beide Okay Gefangene zwischen den Dimensionen Hört mich an meine Diener Junge was denn das für Dämonen Krieger geführt vom Licht der Kristalle Sind auf der Suche nach den Steintafeln Macht sie ausfindig und tötet sie Sie dürfen unter keinen Umständen die 12 Waffen erlangen Die Enur bezogen haben Wir nehmen uns dessen an Meister Sehr schön Geht so gleich und vernichtet sie Vernichtet sie alle Während ich mir die ganze Macht dessen Nichts zu eigen mache Ja ihr könnt alle kommen Alle gleichzeitig So kann er nochmal kurz aufsagen So vier Tafeln Eine Ruth bei den Seelen der Vergangenheit von der Erde geschützt Das haben wir schon Eine Ruth in einem Inselschrein von Winden geküsst Also wahrscheinlich irgendwo bei Schloss Tycoon Eine tiefer als der Meeresgrund von Flammen umhüllt Da brauchen wir vielleicht schon das U-Boot Eine Ruth jenseits herabstürzender Fluten von Wasser abgeschirmt Das ist irgend so ein Wasserfall I guess Zusammen mit den Schlüsseln für die Siegel ruhen auch deren Wächter Und diese werden erwachen Wenn die Tafeln bewegt werden Die ultimativen Zauersprüche Weißer und schwarzer Magie Die Magie von Zeit und Raum Meteor Der König der Meere lebt Okay Es gibt auch Kurz-Katanas Ja und die sind scheiße langweilig So ich erzähle ich es gesagt Ich will lange geile Katanas haben Ich Junge ich gehe wieder rein Wie es sich wohl anfühlt von Winden geküsst zu werden Wenn mal draußen ein bisschen windig ist Geh mal raus Dann weißt du es So wo war denn ursprünglich Schloss Tycoon Das wurde ja auch weggeheatet oder? Surgate Surgate Auf ner Insel von Küssen geküsst Äh von Winden geküsst Äh wir hatten ja noch den Das könnte der doch hier sein oder? Wo wir nicht rein können Wo ist denn der nochmal gewesen? Was ist eigentlich hier auf der Brücke? Ist da jetzt irgendwas interessantes? Inselschrein Da ist er Von Winde geküsst Chat Die mögen bestimmt kein Blitz Ähm Ich mach mal Schutz Schutz Magiefolge Ähm Wo ist meine Zeitmagie? Hast Hast Und nochmal Hast Boah ey Dulkas richtig geil Doppel Buffs Digga Fuck ich hab Hast Ich glaub ich Ich brauch gar nicht Doppelhast zu casten Scheiß ich bin dumm So kurz mal Januki testen Boah Mehr geht daneben Ja ich hab hier Hast Gar auch Scheiße Naja egal Äh so Nochmal Schutz Hier drauf Und Schutz nochmal da drauf So Das ist kein Geküsse Da werde ich nur rumgeschubst Ja das ist ein Kuss Januki ist InstaDev Okay Und dann Trash Ah fuck Schutz Ich hab die ganze Zeit alles Schutz gecastet Aber ich brauch Brot ist nicht Schutz Kann der bitte gehen So Damals So hiernach können wir gleich wieder drei Waffen holen Und theoretisch muss ich nicht alle machen oder? Weil ich hab dann ja genug Waffen Boing Wahrscheinlich hab ich den Fluss jetzt geändert Ja Nein Das Problem mit dem Allrounder ist Chad Er hat jetzt durchgehend Sprinten aktiviert Steinreich So machen wir jetzt den rechten weg Wo komm ich jetzt raus? Beim nächsten Schatz Eine Falle okay Das heißt aber Junge der Damage Boah Boah Irgendwas wollte ich sagen Ich hab's vergessen Gelöscht alter Sonnenaufgang Das heißt aber Das Looten ist jetzt gar nicht mehr so großartig spannend Wenn man Wobei Rüstung Wir brauchen ja noch Rüstung Okay ja gut 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 Ich würd grad sagen Wenn wir eh die besten Sachen dort im Siegelschloss bekommen Aber ja Wir brauchen ja noch Schleifen Schleifen wäre not bad ne Für alle Oh Meiji What make you here Oh das war's Regener Ring Nochmal Okay Äh Gibt's irgendwas interessantes Ja rechts und links sind Kisten Eta Popeta Okay auf die andere Seite können wir noch nicht Wahrscheinlich muss ich mich gleich irgendwo oben droppen lassen oder so Äh ja wir haben hier ne Tür Bestientöter Ja sowas zum Beispiel Das brauch ich ja gar nicht mehr Oh falsch Wow Geprankt So ein Dungeon ist es also Wow Geprankt Drachenzahn Okay Eta Okay Links können wir nicht lang Das ergibt Sinn Schräger ist versteckte Gänge Man sieht sie aber Er sieht sie nicht Redest du mit mir? Dass ich irgendwelche Gänge nicht sehe Oder was willst du mir sagen? Oder meinst du die Löcher im Boden? Ich weiß nicht ob das wieder so ein subtiler Tipp ist Das Schlimmste an diesem Song ne? Ich hör die ganze Zeit immer so ein Klingeln Was immer so klingelt Als würdest du an der Tür klingeln Ich hasse es Triggert mich Sag ich glaube ich In jedem Fanfensterfilm Stream Dunkel Materie Reif So nochmal speichern Okay So kommt jetzt hier einer von Ex-Devs Schurken Ja Der blaue Ich war wirklich gespannt Zu erfahren Wer die Krieger sind Die es bisher ja geschafft haben Und jetzt sehe ich Dass es eine Bande Von drei Käsehochs ist Nicht zu fassen Alter Tut mir leid Kinder Aber ich mach mit euch Jetzt kurz einen Prozess Dagger Hi Ben Es sind ja vier blaue Boys Blau ist bestimmt schwach gegen gelb Und das sind bestimmt alles Magierwesen ne? Vendigos So reden die in Frankfurt Vielleicht wollte den aus der Frankfurterisch darstellen Diese blauen Typen kommen alle aus Frankfurt Moment, die treffe ich gar nicht Aber treffe ich die mit Klingemagie? Mit Klingemagie treffe ich die Wäääh Komet war ein Gamba-Angriff, oder? Könnte viel Damage machen Könnte wenig Damage machen Macht wenig Damage Äh Ja Keine Ahnung, Digger Hä? Hat er auch nicht getroffen? Blitz Ich bin so verwirrt Hä? Was sind diese Gegner? Oder ist nur einer von denen der echte? Wann hast du den Marathon begonnen? Äh, keine Ahnung Habs mir nicht gemerkt? Habs mir nicht gemerkt? Oh, oh, da hinten, der da hinten Der ist es Hab ihn! Das heißt, wenn ich einfach Äh, rein in die Masse spame Wie treffe ich den immer? Da ist er Der Wendigo, der denkt, der kann sich von mir verstecken Hey, Mr. Snubus geht ab Dankeschön für 21 Monate und hi Okay, jetzt reicht's aber Okay Wie wär's, wenn wir jetzt aufhören? Hallo? Hallo? Ich rate, es ist der da unten Schade Jetzt wahrscheinlich, weil ich auf die Gruppe rein spame Machen die das dann, I guess Deshalb mach ich nur Also die kontern das alle, wahrscheinlich Deshalb mach ich nur einmal Blitz Um zu gucken, wo er ist Ähm Wer da hinten ist Jetzt machen die wieder viermal Was ein cooler Kampf, oder? Ich glaube, das ist der zehnte FF-Sonntag Plus noch die KSHW und die ausgefallenen Sonntage Also ungefähr vor zwölf Wochen, I guess Wer hat gerade angegriffen? Der da unten Ich hab ihn So, die nächste Tafel gehört uns Chat So, okay Ähm Was wollen wir uns? Axt oder Speer? Okay, der Turm scheint jetzt zu offen zu sein Okay, nice Der ist tot zum Frockturm Der Ruhestätte der mächtigen Sprüche Weißer und Schwang Hafe Glocke und Bogen Nein Ich mein, actually Bogen wäre auch nicht verkehrt Für einen der Magier Äh, werden die Türme, beiden Türme nicht erklommen Und die Sprüche nicht entnommen zur selben Zeit Sollen sie in Flammen aufgeben Und die Türme mit sich in die Tiefe reißen Werden beide Türme nicht erklommen Und die Sprüche nicht entnommen zur selben Zeit Okay Nee, nee, ist schon klar Wir holen Ich kann ja drei Waffen jetzt holen Deshalb meine ich ja Wir holen zwar natürlich zwei Magierwaffen Und danach Entweder Speer oder Axt Ähm Aber Chetos Chatterinis Okay, ich hab's gefunden Ich wollte gerade sagen Hier gibt's ja noch eine Kiste Wie komm ich da hin? Ah nee, doch nicht so Diese eine Kiste da Vielleicht ist da eine Schleife drin An sich wäre mir die Kiste egal Aber ich hab irgendwie Angst Dass da jetzt vielleicht eine Schleife drin ist Pauzi? Wollt ihr Pauzi machi? Machi? Junge Da ist doch der Weg Wo ist der Weg? Bin ich dumm? Oh Ja, aber der ist zu Das meine ich ja hier Da komm ich ja nicht lang Schau auf Karte Ja, da ist halt ein Durchgang Aber da ist halt ein Loch Hä? War hier gerade nicht eine Falle? Ich bin doch gerade mehrmals in die Falle reingefallen Hä? Okay, egal Hä? Ich bin doch gerade mehrmals in ein Loch hier reingefallen Hä? Hä, bin ich dumm? Keine Ahnung Frag halt doch dein Maul So Okay Ich bin doch gerade mehrmals in die Falle reingefallen So Wir holen uns die zwei Stäbe Das war einfach so ein fucking Zauberstaub von Sailor Moon Monschein Flick und Sieg Und den hier Magusrute Du kannst es tun Oh Sailor Moon Genau das So Chat, ich hol mir eine Axt Speer sind zwar cooler Aber Axt ist glaube ich stärker Habbeldabbel Sag es doch einfach Ja oder nein Wieso? Hör auf mit diesen scheiß subtilen Komischen Tipps Äh so Du kriegst Den Magusstab Wo ist der? Da Magusrute Eine Route die die Wirkung verschiedener Elementarmagie stärkt Ich weiß es nicht Ich hab vorhin nein gesagt Zweifel jetzt aber Wie? War das Weißenstab? Ich hab den Namen schon wieder vergessen Leute Ja? Klingt so langweilig für eine versiegelte Waffe Ein Stab der heiliger Magie wirkt Wirkt als Item im Kampf Engel Wieso nicht Erzengel? Opfer Game Kann die auch ein Schild tragen? Wahres liegt da So okay Äh Warte noch Hier Jetzt Was? Die Achse ist schlechter? Wieso ist die Achse so kacke? Eine Achse die im Austausch für MP kritische Treffer landet Vielleicht Ist die vom Grund aus nicht so stark Aber wenn du Mana hast dann Probier mal aus Dass die Zahl halt niedrig bleibt Hätts schwer nehmen sollen Ja ich Wir können gleich eh noch einen Stein holen Dass die Zahl so niedrig bleibt Aber eigentlich macht das richtig viel Damage Äh Das VOD Ähm Ist runtergecutt Du musst nicht unter VODs schauen Sondern unter Videos Äh Nicht frühere Übertragung Sondern direkt unter Videos Da ist Da ist direkt schon zugeschnitten Äh Ich wollte schlagen gehen Und wenn du auf YouTube meinst Dann kommt es erst die Tage Auf YouTube Wurde es gestern Gestrikt Oder geclaimed Was auch immer Buh 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 Absolut übersehen Ja normalerweise Du hast halt zwei verschiedene Tabs Einmal für Frühe Übertragungen Und einmal nochmal für Videos Und wenn ich Das VOD ist privat Aber das zugeschnittene Video ist da Ähm Warte Jetzt muss ich nochmal die nach hinten packen So Okay Äh Dann Nochmal wegen U-Boot schauen So Ich kann nur Fliegen auswählen Ich kann nichts anderes machen Ich hab kein U-Boot Äh Nö Ist nix passiert Der Stream ging einfach nur offline Das war's Wo war denn der andere Turm Der hier ne Genau Highlight oder so Irgendwie so heißt die Kategorie So Wollen wir die dritte Tafel Fork Wenn die Zauber in den beiden Türmen Nicht gleichzeitig entfernt werden Explodieren sie Äh Explodieren sie nicht Ja Wir teilen uns wohl besser auf Es werden zwei Gruppen gebildet Auf welche Seite soll Ricky gehen? Lena geht auch nach links Und die anderen gehen nach rechts Oh oh Nicht aufteilen Ja das ist ja auch so ein Äh Ein Element Was später auch öfters vorkommt in den Spielen Also das ist das erste Mal Das hier kommt Aber auch Normalerweise kommt das in so einem Letzten Dungeon oder so Dass du die Gruppe dann irgendwie managen musst Wo dann alle Charaktere zusammenkommen Und du dann irgendwie aufteilen musst Oder so Okay Ja theoretisch hätte ich 3-1 gehen können Ja Eter Schmeto Dank mir später Man hätte sogar 4-0 gehen können Aber dann schaffst du es doch nicht In Trails in the Reverse Reverse Hat man am Ende irgendwie die 30 Charaktere Die man managen muss Stark Ein ganzer Cast Aus der ganzen Serie Zusammen feind Ach man hätte dann nur einen Zauber holen können Okay Weißt du Wurde irgendwas gesagt von wegen Dann verbrennst du Digga Ich dachte Die sterben dann einfach Defender So ein starkes Schwert Lauf ich gerade zurück Nee Wir müssen die Zauber Genau zur selben Zeit An uns nehmen Hey Adeline Hey Adeline Rufen die die anderen jetzt an Nehmt den Zauber genau dann An euch Wenn ich es tue Verstanden Alles klar Ja Yo 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 Das sind die aus Final Fantasy 8 Ich dachte die kommenden 5 Äh 08 Vor Die Axt Jet Krittet die ganze Zeit Aber macht nicht so viel Damage Glaube ich Macht nicht wirklich viel mehr Damage Spürt die Macht des Sanktus Zauber Dass er neigen bleibt Nein Nein Tot Okay Und auf der anderen Seite kriegen wir wahrscheinlich Ultima oder so Wenn wir nicht schnell genug sind wird der ganze Turm explodieren Okay Timer von 10 Sekunden Ne doch nicht Okay Ich dachte auf beiden Seiten jetzt ein großer Minotaurus und kleiner Okay dann war es doch nicht Final Fantasy 8 Ähm Ultima kam erst mit 6 oder nicht Gab es nicht Ultima schon in Final Fantasy 1 und 2 Der sieht cool aus Der hat bestimmt Angst vor Feuer Scheiße Er macht Feuer Feuer ist dein Element oder? Scheiße Er dreht die Zeit zurück Arschloch Okay dann probieren wir einen anderen Zauber aus Wie wäre es mit Eis Wie wäre es mit Eis Okay Ich glaube Ich muss das gleiche machen wie er Ja Wenn er glaube ich Feuer macht Muss ich auch Feuer machen Sonst Macht er die Zeit zurück Okay jetzt hat er aber kein Feuer gemacht Was mache ich jetzt? Eis Okay machen Eis Wie Ich bin Feuer. 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 Zurück. Das ist wie ne miese Sau. Ich hau einfach nur drauf. Hallo. Sobald ich jetzt einmal schlage, ist vorbei. Achso, aber ich habe doch Magie gerade auch benutzt. Ging doch auch nicht. Also ist der Boy jetzt komplett useless. Okay. 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 Und so zur Zeit. Ich hoffe, der hat 50.000 Leben. Ich habe jetzt mit Lazarus Mutter geschafft und somit komplett stark. Da. Ewig stopp! Oh shit! Ja, Eisra! Omni-Center ist übrigens allwissend. Kleiner Fun-Fact für euch. Hast du das von Kiseki? Olivier-Salat. Ey, 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 oh, er haltschett, er ist fast tot. Nee, von meiner Muttersprache. Opfer, wer Muttersprache spricht. Mein einziger Charakterzug ist einfach Kiseki, äh, ähm, Idol-Girls und Frankreich. Was ist der Fall? Oh, ey, 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 ey. Oh, ey, ey, ey! Ja wir brauchen noch ein bisschen, kannst den Burger bestellen. I guess wir machen Fähigkeiten Zeit Magie weg und machen dann Schwarz Magie rein. Und bei ihm, er ist halt da, er bewirft sie mit Items, so, er bewirft sie mit Äther. Wieder Heal von ihm ja, direkt zum Start. Oh ja! Wenn die nicht full-life ist, ist die komplett weg. Okay, Chad, der ist tot. Okay, jetzt alles oder nichts. Schade. Oh, sie lebt. Alles oder nichts. Die Gruppe wurde nicht besiegt, das ist eine Lüge. Im anderen Turm stehen noch zwei. Okay, also es müssen am Ende zwei leben. Weil sein Finisher ist Flair. Und einer muss unbedingt noch leben. Ähm. Ja, wir können theoretisch ihn auf... Auf blau Magier machen und dann heilt er die ganze Zeit. Das können wir theoretisch machen. Dann gebe ich ihm noch ein Schild. Sie hat was für ein Schild? Ich hatte ein Frost-Schild, okay. Ähm. Okay, 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 okay. Äh, hier muss wieder Schwarzmagie rein. So, was hätten wir denn Interessantes hier? Außer Heilung. Seine MP-Clown, Chad. Hat er jetzt null MP? Kann er jetzt nicht mehr... Kann er jetzt nicht mehr angreifen? Okay, kann er noch. MP halbiert. Okay. Der hat gleich keinen Mana mehr. Okay. Okay. Haha, ist gleich kein Mana mehr. Scheiße. Geht das nicht mehr? Scheiße. Tja, der Eis... Der Eisgeist ist okay. Der hat Feuer. Das ist alles gut. Der hat ein Flammenschild. Hahaha. Opfer. Blitzgeist ist nicht so geil. Nein, das wollte ich nicht. Oh, Gott. Das ist viel Eck aus Versehen gedrückt. Scheiße. Er lebt noch. Er lebt, er, 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 er noch. Okay. Nice. Volker ist geil. Eisgeist geil. Okay. Wir haben. Wir haben's. Ja, dass ich mit den Schildern, ähm, zwei von drei seiner Angriffe komplett quasi outplayen konnte. Das war nice. Zauberheim, MP. Ne, der Zauberhammer war nicht der MVP. Der MVP, die MVP waren das Flammenschild und das Eisschild. Ach, Flair bekommt man hier. Das Damage, der Damage war nicht das Problem. Der Turm, er verschwindet. Sein Damage war das Problem. Okay, nice. Wir haben zwei neue Spells. Aber keine Steintafel bekommen. Oder? Gab's da eine Steintafel grad am Ende? Ne, ne? Wunderrute. War das nicht der Boss, der eigentlich den Fight einfach rewindet hat? Der hat er die ganze Zeit gerade gemacht. Wenn du ihn physisch angreifst. Ist das bisher dein Lieblingsspiel? Dann wechseln wir hier wieder auf Allrounder? Oh, nein. Ähm. Klingenmagie und wieder zweihändig. Okay. Aber jetzt müssen wir langsam aber sicher irgendwie ein U-Boot finden. Weil jetzt der letzte Dungeon ist doch irgendwie unter Wasser hieß es doch, oder? Warte, ich geh mal kurz. Ne, das kann ich nicht. Die einzige Stelle da mit dem Wasserfall. Das war der wahrscheinlich tief unter Wasser. I guess. Und es hieß ja irgendwie, einer ist noch bei strömendem Wasser oder so. Ich dachte mir, vielleicht hier irgendwie ein Wasserfall. Vielleicht mit Boko da reinlaufen. Boko kann ja in diesem Gewässer hier laufen. Aber er kommt hier nicht rein. Dann kann man ihn theoretisch normal angreifen, sobald das Kacke läuft. Und dann den Kampf neu starten. Quasi ja. Ich kann hier wieder rein. Sind die zwei Freaks hier? Die Musik, Alter. Da ist er. Okay, er ist im Rad gefangen. Er ist im Hamsterrad gefangen. Oh, mir dreht sich alles. Opa, alles in Ordnung? Ja, es geht schon. Hört mir zu. Ich habe Neuigkeiten. Bei meinen Nachforschungen bin ich auf einige interessante Möglichkeiten gestoßen. Wir können das Luftschiff so ausstatten, dass es auch U-Boot funktioniert. Wirklich? Aber sicher doch. Für mich ist nichts unmöglich. Los mit. Ja. Okay. Dann haben wir jetzt unser U-Boot. Wir können jetzt endlich die letzten Klassen holen. Die wir brauchen. Die Mimics. Und dann können wir alles vernichten. Letzter Turm noch. Ne, jetzt müssen wir noch zwei Tür... Also zwei Orte geben, ne? Weil wir brauchen ja noch zwei Tafeln. Weil hier habe ich jetzt gar keine Tafeln bekommen. Wird nicht mehr lange dauern. Wirklich toll, ihr zwei arbeitet immer so hart. Opa gibt sich die Schuld, dass überhaupt alles so gekommen ist. Aber was hätte er denn schon groß tun können? Ich denke und hoffe, dass er sich tief im Inneren auch darüber im Klaren ist. Jedenfalls ist er deshalb so drauf, dass seine Maschinen für den Erhalt des Friedens eingesetzt werden. So, das sollte es gewesen sein. Drückt bestätigen und dann den Pfeil nach unten. Ja, ja, okay. Laber mich voll. Kämpfen kann ich nicht. Keine Chance. Alles überhaupt. Okay, gib mir jetzt mal ein U-Boot. Wir retten die Welt, alles gut. Haut rein, Jungs. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Cola Original und Cola Light? Das eine schmeckt gut, das andere schmeckt nach Arsch. Ich meine Freundin wurden gestern von einem Typen angequatscht, dass wir drei aussehen. Was? Dass wir drei aussehen und ob wir frei sind. Ich habe dann Ja gesagt und er hat angefangen davon zu reden, ob wir in Gruppen sind, die nicht in diesem Hamsterrad sind und nicht von den Medien manipuliert sind. Und seid jetzt in seiner Gruppe? Und welches davon schmeckt nach Arsch, das musst du jetzt für dich selbst herausfinden. Kauf einfach beide und probier. Ja, wo war Wales nochmal, Chad? Wo war der Turm von Wales, der weggenugt wurde. Was war das hier nochmal? Das war Surgate, ne? Surgate! Ne, Schloss Baal ist das. Armin, wir schwimmen einfach mal hier rum, dann finde ich schon was, wa? Ja, sind wir. Community Telegant Gruppe, wenn ihr frei seid. Ne, sorry, bin momentan nicht so frei. Bin ziemlich gefangen. Vom System, das kontrolliert mich. Ich muss noch erwachen. Ich bleibe schon schlafscharf. Gefangen von Final Fantasy V. Ab hier hätte ich aufgehauen zu spielen, wieso? Magst du nicht unter Wasser? Hier ist was. Wer bist du denn? Hallo ihr Lieben, ich weiß Bescheid über so einige, selbst über eure Reise. Soll ich euch die Karten lesen? Na kommt, ihr seid doch sicher neugierig. Okay. Ein Beruf fehlt mir noch. Coole Stats. Na hier war ich jetzt schon überall. Ähm, wieder raus? Ich hab keine Ahnung, was er da alleine in der Höhle macht. Von dort aus beobachtet er die Welt. Und er beobachtet dich gerade. Vielleicht ist es gar keine Höhle und ich muss irgendwo auftauchen oder ich muss oben irgendwo eintauchen. Hier ist was. Äh, ich glaub hier waren wir schon mal, ne? Ja. So, und hier ist die hinter dem Wasserfall, die beschrieben wurde. Und die Boys schon wieder. Die kennen wir doch. Flair! Magie-Folge Flair-Chat. Let's go. Ist das geil? Boah, ich kann Flair auf mein Schwert packen. Das Junge, der hämmert aber auch komplett rein. Okay. 6.000 Damage. Ähm, ähm, ähm. Ähm. Ja, das mach ich jetzt eigentlich nur, um den Speer noch zu holen. Weil die anderen Waffen... Ja, der Dolch vielleicht, Meucheldolch wäre vielleicht auch noch interessant. Aber ansonsten... Äh. Chaos-Hähnchen. Dankeschön für 21 Monate. Krötenpanzer. Achso, bei dem Wasser kann man runterrutschen. Ah, okay. Hier, also theoretisch, ja. Okay, okay, ich get this. Das heißt, ich geh dann... Äh! Ich geh hier hoch und dann rutsch ich hier runter und dann bin ich bei der Kiste. Okay. Eater! Ich muss gehen, dann schalten, Junge. Dieses dumme Sprinten. Okay, hier kann ich nicht weiter. Hier kann ich hoch. Boah, ich muss schon wieder so mies pinkeln. Ich will nicht aufstehen. Wieso müssen die Menschen auf Toilette? Wer hat die dumme Scheiße erfunden? Einfach loslassen. Einfach laufen lassen. Äh, die Karaffe ist fast leer. Ich trinke euch da auch viel zu wenig. Ah! Kurz vor dem finalen Boss muss man auf Toilette. Ja, ich wünsche ich wieder kurz vor dem finalen Boss. Refleckring. Ui! Ui! Shiny. Toilettenfirma hat ein Pinkeln erfunden. Ja, Mann, diese Schweine, die da oben... Es sind immer die Reichen, die uns immer... Uns quälen, ne? Immer die Reichen. Äh, ich bin von hier gekommen. Ich bin ein Dummkopf. Ja, ich schaff das gleich. Ich, ich, ich schaff das. So, hier. Ähm, kurz ein Zelt aufschlagen. Atem ist Bogen. Leute nur im Hamsterrand pinkeln. So eine Scheiße wieder. Okay. Riesenaxt! Hier sind wahrscheinlich überall Löcher, oder? Ne? Okay. Schuriken? Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat, dass ich die rausfahren lassen kann. Äh, kann ich mich hier so seitlich... Ne, geht nicht. Brich doch mal aus, dass der Matrix... Du kannst nichts. Du kannst nichts. Jetzt bin ich da durchgekommen. Verstärker! Ein Säbel, der die Magie erhöht. Okay. Also labber mal nicht. Das macht mir keine Ahnung. Ich bin der... Ich bin der Boss. Ich bin der Red. Keine Ahnung. Kann ich ab, Red. Ich laber gerade auch nur Scheiße, Mann. Ich fühle mich gerade irgendwie... Irgendwie weird. Ich weiß nicht, ob es an der Blase liegt. Ich fühle mich gerade irgendwie weird. Und ich habe mich verlaufen. Ich bin gefangen. Ich glaube, auch die Blase drückt mir auf mein Gehirn. Ah! Wieso ist hier ein Speicherpunkt, wenn es da nicht weitergeht? Oder ich bin dumm und übersehe es? Wahrscheinlich haben diese komischen Stachelmechaniken irgendwie noch was anderes zu sagen. Oh! Runenklinge! Goliathonicum. Wo sind meine Schleifen? Äh, ich bin wieder hier. Und ich bin wieder hier. Chat, ich glaube, ich pisse mich gleich ein. Ich muss gehen. Ich gehe gleich. Ich gehe gleich. Ich bin wieder hier. 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 Ich hab's genau geschafft Ich hab's noch geschafft, Chat Ich mach mal einen schnellen Boss Dann hab ich mir das Pinkeln verdient Die vierte? Wo war die zweite? Äh, dritte Kein Boss Wo sind Ex-Devs Schergen? Ah, okay Diese Tafel, ich werde sie mir übergeben Nur wenn Er beschwert einfach Leviathan Ne, Leviathan tötet ihn jetzt Wicht Das Monster wurde von Leviathan besiegt Die Kräfte des Wassers Stark genug Alles mit sich zu reißen Und alles rein Und glatt zu waschen Doch ich will Entchen, du Legende Vielen, vielen Dank, Mann Für 40 Euro Dankeschön Vielen, vielen Dank, Mann Stimmt, Leviathan grinst Du bist doch irgendwie so ein Verrückter Gefickt hab ich den von Ex-Dev Jungs Jungs, sonst greift ihr mich an Oh, Flugwelle Okay, manageable Ich wollte eben die Waffe noch wechseln Ihr Schwanz Scheiße Ich wollte noch heilen Entchen hat wieder geheilt auf dem Konto Und musste direkt rauswerfen Vielen, vielen, vielen Dank Dankeschön Kuss Habs Kuss Göt uns Nächstes Pokémon gefangen Eine lange Schlange Schlängelt sich in meinem Hintergrund Oder so Keine Ahnung Refleckring Hey, Leviathan Jetzt noch Jetzt noch irgendwie Bahamut Cooler Spruch, danke Wie du kannst kein Teleport machen Okay Okay, man fliegt hier raus Okay Ähm Gut Dann holen wir uns gleich die letzten Baffen Holen uns Mei Mei Und dann können wir, I guess, zum Endboss, oder? Ne, uns fehlt noch eine Wirklich noch eine Wand Dankeschön Dankeschön Ich glaube dir Aber das würde Origami-Kill eigentlich auch sagen, ne? Naja Ich behalte dich im Auge Also man kriegt die Tafeln nicht in der richtigen Reihenfolge, I guess Die heißen einfach nur erste Tafel, zweite Tafel, dritte Tafel, vierte Tafel Aber du kannst theoretisch erst die erste, dann die vierte holen, oder so Das heißt, wir haben noch immer irgendwo eine dritte Tafel Okay, dann holen wir gleich noch eine Tafel Die Mimik Und dann Dann zum Ende Finale Aber Erstmal muss ich meine Blase leeren Warte Ich mach noch was kurz Bevor ich gehe Ich lasse euch mit dem Song hier Ey, red Hier lang Dieses ständige Pissen-Gen, ey Jedes Mal wachen die Katzen auf Und denken, jetzt gibt's Action Als die liegen in Ruhe, schlafen Er steht auf, geht pinkeln Die stehen direkt auf Rennen hinterher Denken, jetzt gibt's irgendwie Action oder so Und dann Gehe ich wieder zurück an den PC Und dann guckt die mich so traurig an Hast du jetzt pinkeln zu gehen? Wieso müssen wir Menschen pinkeln gehen? Was soll das? So, wir holen uns den Dolch Die wollen auch Nein, die wollen nicht pinkeln Die denken nur Hey, er ist endlich weg vom PC Jetzt hat er wieder Zeit für uns Aber dann gehe ich wieder an den PC So, eine geile Hellebarde Und als dritte Waffe Als dritte Waffe Vielleicht den Bogen Juichis Bogen, Alter Das sind Nanomaschinen in unserem Körper Die uns zum Pinkeln zwingen Ja, ich glaube auch So Okay Dann Checken wir jetzt mal bei ihm ab Was für Bogen Masamune Mit Heiligensperr Heiligensperr bei 216 Okay, das ist die beste Kombo Das ist die beste Kombo Ein Sperr mit der Heiligen Kraft versehen ist Du hast Okay Achs war doch Trash Fuck Ich war gerade auf Toilette Und wollte mir eigentlich auf Toilette Anschauen Wo die Mimik ist Ich hab's vergessen Ich denke wir Moment Hier können wir noch innen schauen Ansonsten schwimme ich halt noch weiter Einfach weiter drumherum Irgendwann finde ich es schon Einfach nochmal alles umschwimmen Umtauchen Ja, ich kann nichts mit deinem Kryptischen Nachricht anfangen Deshalb Such ich selber Die zwei großen Pools Da waren wir auch noch nicht Theoretisch der Pool Ich glaube in dem Pool waren wir Oder in dem anderen Pool Ein von beiden Pools war ich Mal checken wir die Pools hier ab Hier ist auch nichts Da ist was Aber das ist wahrscheinlich Für die letzte Tafel Ne, das ist er Hier ist der Mimik Shit Ich ertrinke Ich bin tot Ich kann die Luft anhalten Aber nicht länger als sieben Minuten Oh Yo, ciao Gamer Der lag doch hier oder nicht Oder ist weggespült worden Oder ist ein anderer Turm Ich bin mir nicht sicher Ob das derselbe Turm ist Aber mächtig Sieben Minuten Luft anhalten Nicht schlecht Wie lange könnt ihr chatten? Ich habe früher Als ich noch eine Badewanne hatte Habe ich immer In der Badewanne immer trainiert Jetzt habe ich keine Badewanne Kann nicht mehr trainieren Lang genug hat es gedauert Doch jetzt sind die Kräfte des Kristalls Endlich mein Ich werde sie nicht mehr hergeben Also er kehrt und verschwindet Nein Bis ich ohnmächtig werde Wie lange dauert das? Zehn Sekunden? Ich kann sieben Sekunden Da ist er, Leute Gogo Giga Gogo Gagaga Giga Gigo Gogo Ich bin gar nicht geheilt Aber auch geheilt hätte ich es nicht geschafft Ich glaube für den muss ich grinden Ihr unkultivierten Banausen Das tut ja weh beim Zusehen Stopp Aufhören Entweder macht Hier ist richtig oder gar nicht Okay Scheint es wohl falsch gemacht zu haben Die Gruppe wurde besiegt Ich muss mich erstmal heilen Kann ich nochmal zurück? Bestimmt Ich war nicht fancy genug für ihn Du kannst ihn auch pazifisch machen Du kannst mich auch erstmal versuchen Es selbst herauszufinden Wie ich ihn mache Oh Ich muss liegen Schlafen Ich schaff's Da So jetzt hab ich's Hau weg den Big Mac Ne, den muss ich ja nicht weghauen Den muss ich ja jetzt auf Pazifist spielen Weil wenn ich ihn töte Dann macht er ja Uno Reverse Und tötet mich Mein Name ist Gogo Mein Zeichens Meister Mime Eine Mime kann alles und jeden Nachmachen zu jeder Zeit An jedem Ort Ich bin so frei Und imitiere jede eure Aktion Greift ihr an Greife ich auch an Wendet ihr Magie an Zauber ich auch Werd ihr in der Lage Mich zu imitieren Könnt ihr mich bestimmt besiegen Okay Was macht er Wenn ich Mich selbst schlage Dann macht er nichts Was ist wenn ich ne Phönix Feder benutze Dann macht er nichts Dann macht er nichts Was ist wenn ich Mich selbst versteinere Ich dachte halt Ich hab jetzt den Meisterplan Ich töte mich einfach selbst Und er tötet sich auch selbst Kann man sich selbst angreifen Ja hab ich ja grad gemacht Er hat darauf nicht reagiert Vielleicht hab ich zu viel Damage gemacht Vielleicht darf ich mich nicht töten Nur mir selbst Damage machen Deshalb greife ich Mit jemandem schwachen Jemandem starken an Mir passiert da auch nichts Nein 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 Das wollte ich nicht Nein Viel Leben hat er denn Stufe 77 Er hat noch 42.000 Leben Hey Chat Ich hab doch gar nichts gemacht Achso okay Ich hab Analyse eingesetzt Analyse sieht er auch als Bösen Zauber an Sieh an Bravo Bravo Wirklich großartig Hervorragend Ihr seht mir zu Wie ich nichts tue Und imitiert das Und zwar perfekt Man könnte auch sagen Ihr seid perfekt im Nichtstun Ihr seid auf dem richtigen Weg Nicht aufgeben Weiter so Mein Siegen habt ihr Lebt wohl Starker Kampf Verbahnung Verrat Tigermaske Tigermaske So jetzt haben wir Neue Klassen Wie sehen die aus Mimi Ist einfach der Allrounder Nur mit einem Cape Okay das ist Lena Lena mag Zeitmagie Lena mag Blaumagie Und Lena mag Magiefolge So Cryley Mag Weiß Magie Aber sie mag auch Beschwörung Aber vor allem mag sie Auch Magiefolge So Okay dann haben wir jetzt Alle Klassen im Spiel Ich guess Was sind diese komischen Anderen Klassen Die auf der Wiki stehen Chat irgendwie Necromancer Necrodancer Und irgendwie so ein Shit Aus welcher Version Sind die War das ein Undertale Kampf Gerade True Das sind GBA Klassen Ja ich denke Item oder Angriff Wird wegfallen Können wir gleich schauen Genau Gladiator Kanonieren Necromant Oder sowas genau Ja sie haben anstelle Von Angriff haben sie Jetzt Imitation Das heißt sie haben Aber auch keine Items Sie können weder Angreifen noch Items einsetzen Ist das wichtig Es geht Macht die anderen beiden Auch zu Mime Aber dann können sie Nicht mehr angreifen Und ich muss erst herausfinden Was dieses Mimen ist Was ich hier nicht sehe Weil die anderen müssen Ja angreifen Oh Gute Pasta Ui Was für ne geile Pasta Ich hab Hunger Mir knut auch schon Die ganze Zeit Der Magen Guckst du eigentlich noch Fußball Kegi Noch Ich hab noch nie Fußball wirklich geguckt Aktiv So Wo ist die letzte Tafel Das hieß ja irgendwie Unter Laber Feuer Oder so Karnak ist ja hier Vielleicht hier unten Karnak hat ja doch Irgendwas mit Feuer zu tun Oder Kegi ist immer für die Mannschaft Die am Gewinnen ist Bahamut vergessen Ey ich bin zu schwach für Bahamut Ich hab ihn nicht vergessen Bahamut Bahamut Wer gewinnt momentan Oh fuck Ich meinte ob du um diese Uhrzeit Das Match guckst Also England Ich guck gar keinen Fußball Egal zu welcher Uhrzeit Ich bin da nicht so Sport interessiert Oder besser gesagt Fußball Sport eigentlich auch nicht Ich bin ein Opfer Ich spiel ne Videospiele Schöne Dann Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, wegen Bahamut weiß ich nicht, ob wir Grinden dafür müssen oder ob ich den einfach liegen lasse Aber doppelt Bahamut beschwören wäre bestimmt geil, ne, für den Endkampf Weil der macht mit Megaflare 2700 Damage oder so Und ich glaube, das macht er scripted Also sprich, er macht das zu 100% einmal im Kampf Aber meine Charaktere haben halt gerade knapp unter 2000 Die sind dann einfach alle Fallen alle um Aber bei Bahamut war es so mit Mönchen, da haben die doch wenig Verteidigung War ich das? War ich da nicht schon Allrounder unterwegs? Gibt es nicht sowas wie eine Schildmagie? Ja, aber die macht jetzt nicht so viel Verteidigung, glaube ich Ich meine, ich kann es probieren, aber Ich glaube nicht, dass die so viel Und ich weiß nicht, ob man Megaflare verschilden kann Das sind halt so Spells, die deine Magieabwehr steigern Und deine physische Abwehr steigern Aber Ich weiß nicht, ob Megaflare zu irgendwas dazu zählt Oder ob das irgendwas Eigenes ist Hey, Genetics Ich probiere es da auch nochmal aus Ich versuche, mir Schutz drauf zu knallen Mit der Hoffnung, dass das funktioniert Naaah Naaah Dein Lieblingsanime? Bei mir, bei mir ist es definitiv Dragon Ball Also mein Lieblingsanime ist, glaube ich Higurashi Miyazaki no Odem Ich glaube, das ist meiner Lieblingsanime, ja Ich mochte das Abenteuerfeeling Smelly! Dankeschön für 41 Monate Blaumagie hat totale Verteidigung Solider Damage Ne, ich hab nix defensives bei Blaumagie Ne, ich hab nix defensives bei Blaumagie Ne, ich hab nix defensives bei Blaumagie Mondfilter Ich glaub, bei Beschwörungen war doch da mit Golem oder sowas, oder? Malstrohm! Malstrohm! Ähm Bewahrt alle Gefährten bis zu einem bestimmten Grad vor physischem Schaden Greift alle Gegner mit Feuern, belebt deinen Kampf im Weg und fährt mit voller LP und MP wieder Hm Vielleicht Schutz und der überlebt das? Ich mach mal zur Sicherheit nochmal Golem Okay, er macht keinen Mega-Flare Wir haben's geskippt! 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 Ganz offen! Wir haben's gesp Kennel? Ich dachte, also vorhin sah das halt so aus Als wäre das irgendwie gescriptet Weil ich habe ihm super viel Schaden gemacht Und dann war so eine kurze Pause Und dann kam auf einmal Megaflare Als wäre das halt Ja So, wo ist die letzte Steintafel? Ich muss noch mal mit dem Opa reden Aber ich glaube, das war irgendwas mit Feuer oder so Eww Eww Zeitabhängiger Angriff Oder es ist da gar nichts gescriptet Es ist nichts testabhängig Es ist zeitabhängig Er macht es einfach random Mal macht er es, mal macht er es nicht So Okay Vier Tafeln Erde haben wir Inselschrei mit Wind geküsst haben wir Eine Ruh tiefer als der Meeresgrund Von Flammen umhüllt Nee, Moment Wir haben alle vier, Chat Nee, haben wir nicht Doch, warte Wir waren in der Pyramide Nee, wir waren Wir waren hier nicht Irgendwas von Flammen umhüllt Hier waren wir nicht Ultimativen Zauber haben wir Leviathan Bahamut haben wir Die Magie von Zeit und Raum Meteor Meteor haben wir gar nicht Wir haben Meteor auch nicht Warte, Chat Ich glaube In dem großen Pool Bin ich glaube ich gar nicht tauchen gewesen Kann das sein? Ich glaube ich war nicht in beiden großen, oder? Ich muss mal kurz testen Konnte man Nee, man konnte durchschwimmen Dann war ich hier schon Du meinst ein grauer Punkt Ganz hinten rechts Sind zwei Random graue Punkte Mittendrin irgendwo Ja, ja Wasserfall waren wir schon Die sind hier einfach irgendwo Random im Wasser Ich bin nur Die Küsten abgeschwommen Aber die können wohl auch einfach so Hier random sein Da Hier ist einfach so ein Schlitz Hefte wieder verschüttet Und die Lieblingsstatuen mal wieder Halt wirklich einfach Im Marianengraben gelandet Wieso wird er geheilt? Durch mein Speer? Baramut! Ich beschwöre dich! Mega flare! Oh wow! War ganz schön schwach! Guck mal, ich kann, man kann Doch, kann man Ja, der macht Holy Damage Die Die wird natürlich geheilt Wo ist Sasuke-kun? Wo ist Sasuke-kun? Ja, Blaumagie ist irgendwie Echt Kacke Ich weiß nicht, ob ich Blaumagie weglege und lieber Schwarzmagie reinmache Damit ich doppelt Flair ballern kann Ich glaube, das ergibt mehr Sinn Gerade So, ich gebe nochmal kurz Schlafi, schlafi, auf Stuhli, Stuhli Bürgergeldzahlung kam gestern rein Und ich hatte eigentlich echt Bock auf richtig gottlos fettes Essen Aber ich habe noch viel Essen zu Hause Einfach beides Aber gottlos fettes Essen fühle ich Fühle ich sehr Äh, so Nein, nicht Bogen Hör doch auf, immer Bogen zu tragen Die haben gar nicht mehr die Routen, by the way Oh, ich habe dieses automatische Ausrüsten Wo bist du, weiße Stab? Wo? Ja Darf kein Auto ausrüsten bei den Girls machen Äh, es gibt ja in dem Spiel noch Shinri und Omega Ne? Wenn man die besiegt, das sind keine Beschwörungen, oder? Das sind einfach nur die Superbosse Okay Habe ich dann jetzt alle Beschwörungen? Theoretisch Phoenixie Was macht denn der Zwerg hier? Hajo Wir sind vielleicht nur zu fünft Aber das soll uns nicht davon abhalten Euch herzlichen, großartigen Königreichen der Zwerge willkommen zu heißen Cool Süß Bauen die Bowl gestern im Stream, die war auch so geil, ey Nochmal so eine Bowl wäre auch geil Ich habe Hunger Ja, jetzt mache ich nochmal automatisch Oh, Mann Ne, ich will mir nichts bestellen Ich habe gestern nicht bestellt Rallyball Gräbt einen Tunnel Heyho Er sagte, dass wir einen einmal rund um die Welt befördern Heyho Schon mal, was von der magischen Lampe gehört? Bringt man sie zurück an ihren Ursprungsort Wird ihre Energie erneut Okay Kriege ich hier die Lampe? Ich muss heute nach dem Stream kochen Keine Lust zu kochen Ich will mir fettiges, kranziges Essen in meinen Maul schieben Kaiser Kaiserklauen Okay, wir sind angekommen Ähm, gut Dann lass einmal heilen So, dann wechsle ich einmal die Fähigkeiten hier auf Black Magic So Und jetzt wird Flair gedonnert Geballert Äh, ne, Drone Triller habe ich noch nicht angefangen Ich habe noch nicht mal Patch-Content von Endwalker gespielt X-Dev schickt uns Oink, oink, oink Okay Sind Schweine? Drei Schweine Yo, sind die cool Phobos, Triton, Nireit Das sind die Sootamas von Yu-Gi-Oh So, und jetzt Doppel Bahamut Ha, ha, ha Jetzt geht's ab, Chat Die werden gleich zu Otama-König Ja, Mann Lenski Der kommt wieder zurück Delta-Attacke Das sind die scheiß Insekten-Girls Jo, das macht gar kein Damage Scheiß, aber es macht Stein Okay, wie es aussieht Muss ich alle gleichzeitig töten Das Magus-Trio Ja, hat mir ein Final Fantasy IV gehabt Komm, die müssen jetzt alle sterben Was war das? Was stand da gerade? Die hat keine MP Ich bin Game Over, Chat Ich wünschte, ich hätte jetzt Ich wünschte, ich hätte jetzt Blau Magie Fuck Ja, das Ding ist Der Rot ist Der Rot ist wahrscheinlich immun gegen Feuer Der andere ist wahrscheinlich immun gegen Eis Der andere ist wahrscheinlich immun gegen Blitz Ich meine, wir können mal das mit mit einem kleinen Zauber testen Ja Ja Er kommt halt wieder Hatte sie nicht die Schleife Okay, ich dachte, ich tötete noch schnell Ja, die müssen alle gleichzeitig sterben Geht nicht anders Und sobald ich das verkacke Sobald ich das verkacke Oder machen die die Delta-Attacke Ja, er tötet mich Mach mir nochmal Ich mach jetzt einfach Bahamut-Spam Und die anderen bewerfen sie mit Äther Digga, töte mich doch jetzt Ich kann halt auch keine Items benutzen Ich kann ja auch keine Items benutzen, weil sie eine Mimik ist Um die anderen zu den Steinen Ich kann das Spiel ausmachen Und dann neu starten Und dann laden Nein, halt die doch nicht Schneesturm Nein, schon wieder geheilt Die stirbt einfach nicht Die stirbt nicht, aber kann sich auch nicht wehren Kannst du auf dich selbst zaubern? Ich kann gar nichts machen Weil die mich still stumm gemacht haben Ich kann nur imitieren Mehr kann ich nicht machen gerade Also Mimik hat auch Eine ziemlich große Schwäche, muss ich feststellen Keine Items benutzen zu können Ist schon Ist schon Downer Für Kämpfe wie das hier Auf jeden Fall Äh, wir machen kurz mal Ausrüstung Äh, hier Ähm Wo ist die Schleife? Wer hat die Schleife? Hä, wer hat die Schleife? Keine Tricky Schleife, aber ich Hab die nicht im Nengetar Bin ich blind? Jetzt wo ist meine Schleife? Die kommt doch Die kommt doch auf den Kopf Wieso kann sie Kryle nicht tragen? Aber Sie ist auch ein Mim Und sie Ah ne, warte Oh, Memes sind ja voll scheiße Ja, es wurde halt gesagt Mimik ist genau das gleiche Wie der Allrounder Aber ist er nicht Er kann nicht alles tragen Wie die Allrounder Ja, ich hätte Maxer Maxer tänzen müssen Tänzer maxen Dafür müssen Tja, wie machen wir das jetzt? Wir machen jetzt Große Mathematik-Chat Oh Kurz angekokelt Wir machen jetzt Große Mathematik-Chat So Und zwar Ach, die können Konter Nein, nicht Och Mann Konter ist scheiße Okay Der Linke wurde gekontert Mit 2000 Leben Der hat 2000 Leben verloren 13.000 Leben haben die 13.000 Leben haben die alle Okay Der Blaue hat schon 2000 verloren Jetzt hat er noch 9.000 ungefähr Jetzt hat er noch ungefähr 7.000 So, dadurch ist er jetzt schon fast tot Er muss jetzt sehr wenig Leben haben Er muss jetzt sehr wenig Leben haben Dann gehen wir jetzt auf den grünen Gerne noch mal Ne was Wieso stirbt der? Hä? 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 Der hatte doch 13.000 Leben Wieso ist er von zweimal Barhamut gestorben Hä? Hä? Habe ich aus Versehen jemanden falsch angegriffen? Okay, der rote hat 5.000 noch Der grüne hat noch 8.000 Okay, dann schlagen wir noch einmal den grünen Dann schlagen wir noch einmal den blauen Okay, tot Schlagen niemanden Ähm Nein, ich habe falsch gedrückt Ich wollte 3.000 drücken Ich habe gefettfingert Scheiße Hat gefettfingert Das könnte vielleicht reichen Ich weiß nicht, wie viel der blaue hat Ja, der blaue überlebt Oh Mann Ich bin abgerutscht Das zählt nicht Jetzt sind die Memes Die können wieder nicht Die können wieder nicht Steine heilen Ne, warte Die kann noch Hat Medica gerade nicht funktioniert? Hat Medica gerade nicht Doch, hat funktioniert Okay Oh, Bio Bio, wie er ist wieder tot Schade Vielleicht der blaue noch? 7.000 Ja, das wäre schon alles längst vorbei gewesen Hätte ich nicht gefettfingert wie so ein dummer Troll Ich kotze Danke, dass du alle heilst Das ist echt nett von dir Oh, die kann keine Items einsetzen Ich wollte Ich wollte Eta geben Was war das für ein Damage gerade? Wieso hat die 4.500 Damage gemacht? Ja, wieder tot Ja, wieder tot Das bin er Das ist echt nett Das ist echt nett Stark. Na, ist vorbei, oder? Wohl, warte. Ne, noch nicht. Und der ist wieder tot. Ja, ich starte neu. Ja, ich weiß nicht, ob ich Mimic-Fan bin. Das ist so scheiße, dass Items weg sind. Items sind so wichtig. Man kann einfach die Hälfte der Gruppe keine Items mehr einsetzen. Das ist so dämlich. Ich überlege gerade, ob ich bei Lena vielleicht Mimic wegmache. Für den Kampf. Und erstmal nur bei der Beschwörerin. Nur doppelt, äh, doppelt ähm. Warte, ich kann auch theoretisch auch Fähigkeiten... Ja, bringen wir da nichts. Ich wollte gerade sagen, ich kann theoretisch ja auch anstelle von Magiefolge jetzt selber Items reinlegen. Aber das ist ja egal. Da kann ich genauso auch Allrounder spielen. Versuche nochmal so. Warte, ich lasse das jetzt mal so. Versuche es nochmal. Der greift an. Okay, der... Der hat jetzt... 9.000 Leben ungefähr. So. Der blaue hat 11.000. Na, ich hab Imitation gemacht! Und wieder verklickt. Mach mal zur Sicherheit... Trotzdem nochmal gucken. Der müsste jetzt 11 haben und der andere müsste jetzt... 9.000 haben. 10.000. Der hat nur noch 4.000? Ich kann nicht zählen, Chef. Ich kann einfach nicht zählen. Ich bin Mathe einfach dumm. Ich kann einfach nicht zählen. Not, oder auch mit zwei, mit zwei quaologen. 4.000. Musik So. Der grüne hat jetzt... 4000. Oh, Andest butter. Und dasoa. Der blaue hat jetzt 6000. So, wir greifen noch einmal den blauen an. Dann auf den roten. Nein! Diese Konter! Oh, das ist schon gut. So, ich mache noch mal zur Sicherheit. Nein! Ich muss die Allrounder wegmachen. Ich muss die Allrounder wegmachen. Ich muss die Mimics wegmachen und normale Klassen spielen. Dann klappt das. Es geht nicht mit der Gruppe. Funktioniert. Ich mache es mir einfach nur schwieriger als es ist. Das ist dämlich. 6000. 4000. 4000. So, hat er sogar gestorben? Okay, warte. Wir leben den wieder und dann nochmal Analyse auf den grünen. Wie viel hat jetzt der grüne Leben? Der kommt wieder full life zurück. Okay. Jetzt hat er noch 9000. Du Miserate, du. Er lebt noch. Mikkel, dankeschön für den Raid. Der hat noch zu viel Leben, der grüne. Ist wieder komplett tot. Das könnte es sein, Chat. Das könnte es. Das ist es jetzt. Das ist es jetzt. Das ist es jetzt. Nein. Nein! Ich habe mich verklickt. Er darf kein Konter machen. Er darf kein Konter machen. Wenn ich richtig gerechnet habe, ist das jetzt richtig. Ja! Junge. Schwierigster Bosskampf bisher im ganzen Marathon und das liegt nur daran, weil die Idioten alle viel zu stark sind. Diese fucking Konter-Mechanik, die ich allen Charakteren beigebracht habe, hat alles mir unnötig schwieriger gemacht. Oh! So kriege ich auch Matteo, Matteo, Matteo den Zauber. Okay, dann haben wir jetzt wirklich alles. Dann können wir jetzt zum Ende gehen. Ja, sorry, Chat. Ich bin wieder da. Ich war voll tief in den Zahlen drin. Ich bin wieder für euch da. Nickel, danke schön für den Raid. Und hallo, lieber Raid. Was geht ab? Boah, okay. Solche Kämpfe machen an sich Spaß, aber nicht, wenn deine Charaktere alle Konter haben. Dann nicht. Weil dann ist wirklich zu viel RNG mit dabei. Okay. Oder, Toja Hulda? Es geht ab. So, die letzten drei Waffen, ne? Was? Wie heißen die zwei, die ich verpasst habe? Die Erdenglocke. Chat, wie viel kommt da noch auf mich zu? Bin ich noch so weit vom Ende entfernt? Oh, Odin gibt es ja auch noch. Welchen von beiden habe ich komplett verpasst? Wahrscheinlich diesen Cat-Pleus, ne? Odin ist doch safe da hinter dieser Barriere. In dieser Trugstadt. Da ist er bestimmt, ne? So, okay. Dann gehen wir in die Dimension von unserem Boy, dem G. Wie? Ich muss kurz noch irgendwo zelten. Äh, zelten, kurz hier in die Stadt gehen. Ich climb jeden Tag in meinen Games. Ich war schon mal VR-Klettern. Gerade climb ich die Skill-Leiter Richtung Endboss. Hey, Lycores, was geht ab? So, kann ich jetzt einfach hier ins Loch rein, Alter? Ne. Vom Wasser aus? Ne. Zum anderen Loch? Wie komme ich jetzt zu ihm hin? Warte, ich rede noch mal kurz mit... Hier. Jetzt, wo ich alles gemacht habe. Was sagt er jetzt? Äh, welch ein Glück? Ihr seid noch verletzt. Nanu, was ist das für ein Buch? Okay, ne, er wiederholt sich nur. Okay. Ich hab noch nicht das Finale verpasst. Ne, wir suchen grad das Finale. Ich suche grad das Finale. Was glaubt ihr? Denkt grade Sid. Was meint ihr, würde er zu dieser Sache sagen? Sid ist weg. Mit wem soll ich reden, wenn Sid nicht da ist? Dann hab ich ja niemanden. Okay. Drückt, bestätigen. Ja, okay. Dann gib mir wieder nur nen Guide für das Ding. So viele Bücher, so wenig Zeit. Okay. Ich bin aufgeschmissen. Die meinten ja irgendwie mal was von Schloss Tycoon. Aber, Digga, ich hab keine Ahnung, wo Schloss Tycoon ist. Das wurde ja weggenuket. Das ist gar nicht mehr auf der Karte. Und ich hab mir das nicht gemerkt. Winddrachental. Das muss ja in der Nähe vom Winddrachental sein. Oder? Hier. Nee, das ist nicht Tycoon. Ja, seitdem halt noch der neue Map-Part da ist, bin ich noch lost, als ich schon vorher war. Tycoon war in irgen so nem kleinem Wellchen. Das war doch... Ne, das war nicht der Kuhn. Das Bal. In Bal ist Odin, okay. Ich frage Onkel Google. So. So. Da waren wir. Da waren wir. Okay, da ist irgendwo eines dieser Löcher, in das man wirklich rein kann. Ja, Overtay Coon Castle. Nordwestlich vom Fork Tower, okay. Dann weiß ich, wo das ist. Das müsste ja dann irgendwo hier sein, I guess, oder? Aber das ist doch hier... Der Fork Tower war ja... Der hier. Und Nordwest... Ne, Moment, nordwestlich ist er hier. Hier. Ich hab's gefunden. Oh, man. Junge, Junge, Junge. Yo, Angel. Ciao, ciao. Gute Nacht. Was ist das? Der interdimensionale Riss. Wir kommen nicht dagegen an. Wir werden hineingezogen. Gut so, genau dort wollen wir schließlich hin. Was kommt hier für eine geile Musik? Das klingt schon wie PS1, Final Fantasies, oder? Das kann Legend einfach so ein Final Fantasy 7 oder 8 Song sein, oder? Klingt so original. Oh, schon echt nice. Das ist schon sehr cool. Ja, mal gucken, ob die ganzen Zwischenkämpfe in Form von Bosskämpfen ausreichen werden, dass wir genug Erfahrungspunkte haben werden für den Endkampf, oder ob wir gleich beim Endkampf noch ein bisschen grinden müssen. 1.000 Jahre waren wir gefangen in dem Riss zwischen den Dimensionen. Sobald die Kräfte des Nichts Ex-Dev zu Neige sind, wird eine neue Welt geboren. Eine Welt der Finsternis. Ihr wart lange genug ein Dorn im Auge von Ex-Dev, unserem Meister. Die Mächte der Finsternis werden euch ein Begräbnis hier zwischen den Dimensionen bereiten. Ja, das wollen wir mal sehen. So. Da sieht der genauso aus wie bei uns zu Hause, bei Sid und mit. Dunkelmaterie. Boah, hätte ich... Ich habe ja heute irgendwie ab der zweiten Hälften oder so die ganzen Dungeons, alle, die Gegner komplett ausgemacht. Hätte ich das gemacht, ne? Aber wir wären heute immer noch nicht fertig. Geil. Schon wieder Blutschwert. Bitte nicht noch eins. Jetzt kann ich Blutschwerter dual wielden. Und doppelt nicht den Gegner treffen. Das wäre geil. Secrets. Moment. Das kennen wir doch schon alles. Oh, weil das jetzt so interdimensionaler Riss ist, Chad. Haben wir jetzt ganz viele Welten miteinander von überall connected zueinander. Da sind jetzt irgendwie so Fragmente der anderen Welt oder so. Oh. Wie Void aus Isaac, genau. Die reden auch alle nicht. Vor allem, wenn sie zwei Blutschwerten haben, weiß ich noch, wie einfach der Boss zerrissen wurde. Was war hier? Ne, hier war ich ja auch schon, ne? Choki, Choki, Bo. Will nicht mit mir reden. Choki, Bi. Choki, Bi. Klavier, interdimensionales Klavier kann ich nicht benutzen. Und hier werde ich geheilt. Okay, und irgendwie. Oh, hier. Lol. Habe ich irgendwie was sehen. Vielleicht verdoppelt sich die Trefferquote. Ich glaube eher ins Negative. Ich werde noch weniger treffen. Das ist eine Schleife. Das ist eine Schleife, Chad. Schleife! Nice. Verstärker. Der hält sehr. Der hat mir die Kiste nur verwechselt. Route der Lilith. Was? Was ist eine Route der Lilith, Alter? Eine Route, die dem getroffenen Ziel bisweilen mit Flirt MP entzieht. Ach so. Flirten entzieht MP-Chat. Guck, was die Deck ist denn. Gebt euch Aura, aber entzieht auch MP. Es gibt Töpfe, die anscheinend Hotelsatzen sind. Ja, es gibt Töpfe und so Wasserstellen. Wo die Charaktere sich quasi dort auffrischen. Die machen, haben teilweise denselben Effekt wie Hotels. Hallo? So. Wer bist du denn? Der Wald ist so friedlich. Warum ruht ihr euch nicht aus? Und zwar bis in alle Ewigkeiten! Okay, chill. Geile! Was hat ihr für ein riesiges Ei, Alter? Carlo Fisteri. Boah, irgendwie kommt mir ihr Name bekannt vor. Gibt es die in Fallen Fantasy XIV? Carlo Fisteri. Ihr Name kommt mir irgendwie so bekannt vor. Tatsächlich. Die gibt es in FF14. Aber ich habe keine Ahnung mehr, wo die in FF14 war. Würde mich hier ausruhen. Wo war die noch? War dieser Dark, dieser Arc Raids von Heaven's Sword? Irgendwie sagt die mir gerade gar nichts. Also der Name kommt mir so... Also okay, ist Level 60. War das so ein Allianz Raid? Das ist ein Allianz Raid. Ja, das ist ein Allianz Raid. Ja, die 60er Allianz Raids habe ich zu selten gemacht. Aber ja, daher kenne ich wahrscheinlich noch den Namen. Ja, ja. In der Nichtsarche. Okay, schnell Feuer. Let's go. Hm, sie ist blau. Sie hat bestimmt Angst vor... Flair! Das ist immer Flair. Hamel, ich kann mich an den Kampf gar nicht mehr erinnern. Hat die gerade die miese Sau Refleck eingesetzt? Das ist schon ein bisschen unfair gerade, oder? Aber kannst du auch mein Bahamuchi oder mein Leviathan reflekten? Ich denke nicht. Nee, kann sie nicht. Ich glaube nicht, dass sie Beschwörungen reflekten kann. Bitte nicht. Okay, kann sie nicht. Ich hätte kurz Angst gehabt. So, aber wie funktioniert das mit Klingen-Magie? Ich habe ja auf meinem Schwert Magie. Wird das jetzt reflektiert? Okay, wir werden es nie herausfinden. Fares hat es im Alleingang gemacht. Hier kommt also Kaluste Ferry her. Vor allem, wenn sie 5. Fares mit 18 kein Damage, ja. Imagine. Ich hätte noch Dingens gehabt. Auf ihm den Paladin-Move. Klinge verzaubern. Dass er noch auf seine Klingenelemente drauf macht. Oh, ich erinnere mich an die Höhle. In der Höhle kamen, glaube ich, Omega und Shinryu, oder Chad? So sah, glaube ich, damals die Höhle aus. Also, wir werden die wahrscheinlich nicht machen. Die sind zu stark. Glaube ich. Ich werde die, glaube ich, nicht schaffen. Da ist Omega. Da ist Omega. Ja, ich habe nicht so viel versprochen, dass ich ihn nicht schaffen werde. Ja, ich habe nicht so viel versprochen, dass ich ihn nicht schaffen werde. Oder? Okay, Shinryu ist hier im Buch-Chat. Um ehrlich zu sein, hätte ich nie gedacht, dass ihr so weit kommen würdet. Aber was spielt das jetzt schon für eine Rolle? Ich werde euren unbedeutenden und bedauernswerten Existenzen schon bald ein Ende bereiten. Indem ihr dieses Buch berührt habt, habt ihr den Dimensionsschalter aktiviert. Oh nein, nicht der Dimensionsschalter! Okay, jetzt ist einer von seinen Lakaien. Ah, Panda! Shinryu war in der Kiste. Ich weiß auf jeden Fall, ich habe damals die GBA-Version gespielt. Und da gab es halt nicht in jedem Raum einen Autosel. Der arme Junge, Leute. Der wurde einfach von Fahres gerade. Von Fahres und von Riki fast gelöscht. Und der direkt, Protus, Hilfe! Ich habe damals die GBA-Version gespielt und da gab es halt nicht in jedem Raum einen Autosave. Und ich weiß, ich habe hier einiges am Progress verloren. Ii, der hat mich voll gewichst. Ähm... Triff hier. Ich habe es noch nicht so gut wie möglich zu machen. Okay. Shino bricht gerade aus der Simulation aus. Shinryu ist im Vergleich zur Omega aber wirklich easy. Ja, für dich. Ist auch ein Final Fantasy 5 Crack. Aufzeichnung, das ist mal das Geheimnis von Gigaflare. Man ist für einen Moment vollkommen wehrlos, während man Energie für die Ausführung dieses Spruches sammelt. Er ist also vor sich geraten. Wo ist Gigaflare? Ein tausend Jahre altes Buch. Vom Himmel stieg einst eine Bestie herab, Omega genannt. Gefolgt von Shinryu, dem Drachen. Brachten die beiden Angst und Schrecken über das Land. Selbst die Träger der zwölf Waffen konnten sie nicht niederringen. Verband in die ewige Stille zwischen den Dimensionen sollen die mit Monster für immer ruhen, auf das ihre Namen fortan niemals mehr klingen mögen. Und dann kamen die NF-14 wieder und haben wieder miteinander gekämpft. Sick hier. Das sollte vielleicht heilen. Ich laufe gerade durch das ganze Spiel nochmal durch, ne? Okay, das Frosch kann sie nicht zaubern. Ja, der scheiß Hammerschlag vom Apanda hat gerade einfach die Hälfte der Mana von ihr genommen, ey. Thor ist Hammer einfach, okay. Wir haben die Stiefel. Die Musik passt irgendwie zu Final Fantasy V irgendwie so gar nicht, hab ich das Gefühl. Seid ihr die Krieger, die im Besitz der Kristallspielter sind? Ja, ich verstehe. Dann werdet ihr hier und jetzt euer Ende finden, okay. Jo, ist der cool. Apokalypt. Bisschen Mana sparend angreifen. Wollt ihr Apokalypt? Fahre jetzt mal mich so fertig, wieso? Ist doch geiler Damage. Was Titan nicht von sich sagen lassen kann. Metheo? Lass mal Metheo testen. Okay, Metheo ist schon mal ganz nab. Hilft da einfach nicht getroffen. Stufe 2 alt. Loll. Ich werde das Spiel heute durchspielen, das ist der Plan, ja. Wir sind aber gerade schon im finalen Dungeon. Da, da, da. Oh, nice. Kann's helfen. Welches Level ist eigentlich mein Team? Ich glaub, ich bin immer noch mies unterlevelt eigentlich, na? 37. Lena ist Level 33. 33. Ich bin eigentlich mies unterlevelt, oder? Alter Mann. Ich verprügel jetzt einen alten Mann. Der alte Mann zeigt seine wahre Form. Yo, Jura-Avis. Die Phönix braucht 99 Mainer. Wieso ist Lena schwächer als ein Kindergartenkind? Äh, die war ja ein Pat des Spiels nicht dabei. Deshalb vielleicht. Aber die heißt gar nicht alte Reuter. Der ist Jura-Avis. Wer ist das alte Reuter? Ein Raid-Boss in Final Fantasy 14. Der auf dem die Gegner basiert, aber der heißt halt anders. Kann ich fliehen? Kann ich fliehen? Kann ich ja hier Schlange in 3D zeigen. Alte Reuter. Da ist die geile Schlange. So sieht die in 3D aus. Kann man auch reiten. Schwingschlag. Äh, ich kann keine zweite Beschwörung, glaube ich, machen. So, Ifrit. Fuck, ich habe kein Schnellfeuer gemacht. Mega geiles Mount. Ja, das Mount ist schon sehr sick. Sieht sehr, sehr cool aus. Nicht genug Mana-Scheiße. Ich kriege mir auch echt super wenig Erfahrungspunkte. Ich spiele ja schon auf vierfachen Boost, ne? Aber irgendwie ist mein Game bug, habe ich das Gefühl. IP ist ja an. Irgendwie leveln die gar nicht bei mir, ne? Vielleicht soll das auch so. Vielleicht levelt man in dem Spiel einfach so langsam. Äh, boah. Zelt gibt echt wenig, ne? Ich glaube nur 100 Mana oder so zum Zelt gegeben. Die schlafen da nicht so gemütlich wie in der Hütte, aber ich habe nur zwei Hütten. So, Opi, lass mich jetzt die Kiste mitnehmen. Regenbogenkleid. Hat sich das gelohnt? Äh, wo ist denn das Regenbogenkleid? Schwarze Robe, by the way, geil. Aber senkt Lichtrobe. Okay. Kraftscherpe, Engelsrobe. Aber da kann sie, vielleicht kann sie das gar nicht tragen. Vielleicht ist es nur für Lena. Oder niemand wird das einfach in diesem Spiel tragen. Regenbogenkleid. Wieso ist es bei niemandem? Ja. Ja, vielleicht ist es für einen anderen Beruf, den ich nicht habe. Jo, den gibt's ja auch in FF14. Als Raid-Boss. Hieß er dort genauso? Ja, ne? Katastrophe! Hier, der Glubschi. Das war ein cooler Kampf. Ja, wir sind ja gerade... Also, in Stormblood, in der Expansion Stormblood, in FF14, basiert ja der Raid auf FF5. Deshalb, wir werden jetzt hier viele Fallen-Fancy-14-Gegner sehen. Gloppy ist eingeschlafen. Kein Smash von ihm. Er ist einfach gerade ein Boss-Rush. Boss, 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 Boss. Es kommt ein Boss nach dem anderen. Chat, ist mein Spiel kaputt? Nee, mein Spiel ist nicht kaputt, die Bosse geben keine Erfahrungspunkte. Ich danke euch, ich bin hier schon seit Ewigkeiten eingesperrt, ich möchte mich erkenntlich zeigen. Ja, Bosse geben hier einfach keine Erfahrungspunkte, macht ja gar keinen Spaß gegen die zu kämpfen. Boah, der war so tanky. Ja, aber Hamut frisst so viel Mana, es lohnt sich gar nicht den zu benutzen, ey. Du kriegst 132 Mana, also wenn ich ihn doppelt benutze, 132 Mana und macht dann irgendwie 4000 Damage, lohnt sich halt gar nicht einzusetzen. Rote Schuhe, wahrscheinlich auch für Tänzer. Ja, gut möglich, dass wir gleich beim Endkampf ein bisschen leveln müssen, ne? Aber ich hatte gehofft, dass ich jetzt hier, wenn ich nur gegen die Bosse und gegen die Fallen kämpfen muss, dass das ausreicht, aber die geben alle keine Erfahrungspunkte. Und den Endboss mit einem Level 33 Charakter zu bekämpfen? Ja, ich weiß nicht. Können vielleicht ein bisschen kritisch werden. Gibt es einfach nur zwei Wege, oder? Ach so, dann bin ich hier. Kannibale, okay. Das ist ein Dolch. Effektiv gegen Menschen. Fahres, hast du Bock? Oh, dieses dumme Game. Wieso? Ich schmeiß den Bogen gleich weg. Wieso kriegt Fahres immer den scheiß Bogen? Da ist der Kannibale. Ne, nicht stark. Ist nicht so stark wie Heiligensperr. Da war ein ganzer Kannibale drin. Stark, ja. Okay, ein Thron. Okay. Ich darf da nicht rein, ich werde weggeschoben. Für euch gibt es keinen Eintritt mehr. Denn meine Todeskuss hat noch nie seine Wirkung verfehlt. Okay. Keile. Ich werde mich gut um euch kümmern. Ihr werdet einen langsamen Tod sterben, so wahr ich Halikarnossas heiße. Der Herrscher über dieses Dimensionsschloss. Den gibt es auch in Höfe 14. Glaub ich. Der Name kommt mir sehr bekannt vor. Halikarnossas. Stimmt, das war ja auch ein Raidboss. Der, der auf dem Stuhl die ganze Zeit saß. Und einen Tee getrunken hat. Stimmt. Stimmt. Die saß immer, die hat immer nur so Gegner beschworen. Und irgendwelche Mechaniken aufs Feld gezaubert. Und saß die ganze im Hintergrund auf dem Stuhl. Und hat Kaffee getrunken oder so. Gibt es auch ein vernünftiges Bild, wo sie steht. Was nicht in zwei. Was nicht in zwei Pixeln ist. Was ist das dann? Ja. Gibt es in Höfe 14 eigentlich nur Raidbosse? Nein. Aber gerade kommen halt viele der Raidbosse. Weil hier alles sehr besondere coole Bosse sind. Coole Frösche. Ähm. Hat er keine Schleifen mehr, der Pharis? Habe ich ihm die abgelegt? Wahrscheinlich. Weil ich automatisch Ausrüsten gemacht habe. Und dieses Game komplett überfordert es mit automatischem Ausrüsten. Und Jeremy im YouTube-Chat. Dankeschön für die zwei Euro. So. Haha. Der Frosch mit dem Schnellfeuer. Ja. Ja. Fehlt nur noch Eggstaff. Ja. Aber das war ja der erste Kampf war Alte Reute. Also in Final Fantasy 14, die Raids kommen immer so in 4er Pack. Immer so 4er Pack. Immer so 4 Kämpfe. Und das ist dann halt hier in dem Pack gewesen. Alte Reute. Ähm. Katastrophe. Diese Kugel. Gerade mit dem Auge. Danach kam Kalirinossos. Der hier. Und der letzte war dann Next Death. Eggstaff. Die waren so die Raidbosse damals. surtout wenn es das wohl mal geht. Ah, Paa identified. Kurz heilen. Da muss ich das Game verteidigen. In irgendeinem Rüstungsladen steht ein Random Dude, der sagt, dass Optimieren Schleife-TC abrüsten können und man aufpassen soll. Ja, das macht es trotzdem nicht besser. Und das ist ja nicht nur die Schleife. Wieso kriegt Fares einen fucking Bogen ausgerüstet, wenn ich Optimieren drücke? Was für Bogen? Na, denselben Fehler hier gemacht. Kurz mal hier durchgehen, ob hier was Neues dazu gekommen ist. Da muss ich mal wieder die Magus-Route wechseln. Aber hier geht es doch auch noch lang, oder? Von hier komme ich doch gar nicht. Ist abgesperrt, okay. Warum ist das überhaupt ein System? Was meinst du? Was für ein System? Über was redest du? Das mit dem Abrüsten. Ich glaube, das Spiel geht halt nach, wenn du auf Optimieren gehst, das Optimieren macht irgendwie das, was die höchste Base-Verteidigung hat. Dann macht es da die Rüstung. Und bei Waffen glaube ich, vielleicht das, was den höchsten Damage hat, wenn du es einhändig trägst oder so. Keine Ahnung. Irgendwie ein ganz komisches System. Bis hier und nicht weiter. Da für euch befindet sich der Raum, in dem das Nichts versiegelt ist. Cool. Ich habe einen Schatz versteckt und in der Schatztruhe ist nichts drin. Niemand wird meinen Schatz bekommen. Da nichts gehört mir. Jo, wer ist der denn? Duo Tania. Ach, das ist Twin Tania. Die gibt es auch in Final Fantasy XIV. Aber die sieht in Final Fantasy XIV ganz anders aus, ne? Ist ein Reiz hier und auch ein und auch ein Raid-Boss gewesen. Äh, warte. Der sieht aber nicht so so aus, wie er hier aussieht. Das ist er. Und den kannst du auch reiten und der, der im Kampf hat, der sich immer so gespinnt um seine eigene Axt und ist immer so geflogen. Und diesen Move kannst du beim Fliegen auch machen. Ich habe, by the way, immer noch bei Fares eine scheiß Fähigkeit ausgerüstet, die ich nie benutze. Ach, du Scheiße. Okay, der spielt mit Konter. Fuck. Ich mache kein Omega, ne. Kostet mich gerade sehr viel Mana. Aber so sind die wenigstens komplett am Leben. Er macht ein Mega-Flair? Okay. Ja, ich bin tot. Ja, wir machen den Kampf nochmal neu. Ich darf nicht so viel, nicht so viel angreifen. Er macht die ganze Zeit Konter-Angriffe. Und der macht irgendwie Beschwör-Angriffe. Also so typische, ne. Hat der jetzt Mega-Flair und so ein Shit gemacht. Ja, wie manage ich denn? Wie manage ich ihn? Müssen kurz checken, wie er funktioniert. Ich muss noch einmal angreifen. Dann kommt Schneesturm. Und Stille. Okay. Noch eine Flutwelle. Ich mache mal Hast. Und mach mal... Geh mal mit Schutz durch. Buff mal alle mit Schutz durch. Dann warte ich kurz. Gucken, was kommt. Eine Flutwelle. Ja, einen weiteren Angriff traue ich mich nicht. Ich gehe in Verteidigung. Oh, scheiße. Ja, wieso ist die zuerst dran? Wow, ich wurde abgebrochen. Nein, das ist die falsche. Ich mache mit der falschen gerade. Okay. Die Frage ist smash or pass? Der ist schon geil, ne. Ich glaube, ich greife nur mit Riki an. Ich glaube, Riki macht den meisten Damage. Konzentration für Gigaflare. Ach, du Scheiße. Ja, moin. Ja, moin. Er stirbt nicht, Shad. Wie viel Leben hat er denn, bitte? Ja, die anderen habe ich jetzt erstmal liegen gelassen. Weil ich brauche gerade nur Riki und nur Heilung, mehr brauche ich in dem Kampf nicht. Geister smarter gelernt. Okay. Äh, was ist Geister smarter, Digga? Geister smarter greift ein Gegner an und fügt ihm Sturzschaden zu. Okay, cool. I guess. Ja, alle sind tot. Kann ich hier gleich zelten? Oh, da mache ich gerade einen Fehler, dass ich jetzt da hochgehe ohne Heilung. So. Boah. Hier. Das ist jetzt der letzte Dungeon, ne? Letzte Ebene, ja. Ähm. Okay. Da ist Gigamesh. Wie es aussieht, kann ich ihn nirgendwo zelten. Ich habe nur noch sieben Phönixfedern? Äh, ich hoffe, das wird mir nicht zum Verhängnis. Eieiei. 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 Wir müssen kurz was ändern. Ja, ich muss den gleich beklauen. Wir müssen ihn gleich beklauen. Ähm. Stehlen. Ich will auch stehlen. Wir müssen ihn gleich beklauen. Wo ist dein ganzes Geld hin? Ich habe halt nicht so viel gekämpft und was gekauft, ne? Okay. Ich weiß nicht, wie krass da jetzt ist. Das ist jetzt der letzte Gilgamesh-Kampf. Okay. Junge, fünf Phön-Phoenixfedern. Was habe ich gemacht? Nimm das, garstige Bestie. Der hat jetzt eine andere Farbe. Stehlen fehlgeschlagen. Oder kann man hier nicht mehr stehlen? Ist das hier schon zu spät? Genji-Schild gestohlen. Nice. Der hat jetzt so komische Farben hier, weil er jetzt eine andere Dimension ist. Das waren mal so komische Farben. Sieht so scheiße aus, irgendwie. Nimm das! Okay. Nichts stehlbares vorhanden. Ich kann nur ein Genji-Schild klauen. Mehr nicht. Nein, nicht Imitation. Scheiße. Jetzt können wir drauf smashen. Er darf doch andere Farben haben. Ne, finde ich nicht. Wahrscheinlich konnte man in jedem Kampf bei ihm irgendwie ein Genji-Teil stehlen. Und jetzt habe ich nur ein Genji-Teil bekommen. Das letzte. Moment. Rikki? Pah, das ist ja bloß Rikki. Sag das doch gleich. Mir gefällt es hier nicht, wisst ihr? Fiese Monster an jeder Ecke, Mann. Und ich finde den Ausgang nicht. Mist, ich kriege doch die Krise. Sagt, wie seid ihr hergekommen? Und wie kommt man wieder raus? Immer der Nase nach. Oh mein Gott, Rikki, Alter. Verstehe, das hilft. Sagt, wie wäre es, wenn wir mal zusammen abenteuern? Nur wir fünf. Ähm. Aha, schon gut, verstehe. Gekorbt. Vielleicht ein andermal. Oh nein. Wir laufen uns bestimmt sowieso bald wieder über den Weg. Das ist Fourth Wall Breaking Chat. Vielleicht nehmt ihr mich dann ja mit. Er spricht mit dem Spieler. Äh, naja, wie auch immer. Man sieht sich. Der spricht mit dem Spieler, weil das so einer der Charakter ist, der in mehreren Teilen vorkommt, aber er ist immer derselbe. Er ist nicht einfach nur irgendwie derselbe Name oder so, sondern er ist immer derselbe Typ. Der dann immer irgendwie den Ausweg sucht und immer durch irgendwelche anderen Dimensionen reist. Und andere Dimensionen sind dann andere Final Fantasy Spieler oder so. Ja. Yo, Wunderland. Gute Nacht. Ciao, ciao. Junge, wir haben gleich schon 10 Uhr. Eine Falle. Eine sogenannte. Shenrio! Okay, äh, er wird geheilt. Stark. Stark. Okay, ich hab null Damage gemacht. Stark. Hat nicht irgendjemand vorhin gesagt, Shenrio ist ein viel leichterer Kampf? Er hat 7000 Damage gerade gemacht. Also, äh, Omega hat nur 2000 gemacht. Ich hoffe, ich kann hier jederzeit zurückkehren, Mann. Okay. Jo, ciao. Cooler Zoomer. Dieses Licht. Ihr werdet es niemals bekommen. Okay. Nein. Weil, dass ich irgendwie rauskomme, noch irgendwie, um mir ein paar Phoenix-Federn oder so zu holen. Ich hab ein bisschen Angst, dass ich das nicht mehr machen kann. Bahamuchi. 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 Fucking Mikrophobia! Junge! Was ist das für ein scheiß Freakname, ey? Was für Mikrophobia. Wieso hat das kein Damage gemacht? Okay. Ich muss die kleinen Viecher wohl wahrscheinlich erst töten oder so. Shinryu ist auch 22 Level unter Omega. Ja, macht trotzdem dreimal so viel Damage. Okay, die sterben langsam. Nein, ich habe die Meditation eingesetzt. Scheiße. Die Grachi. Okay, jetzt können wir drauf. Meine Barrieren. Ihr lasst mir keine andere Wahl. Ich werde meine wahren Kräfte zu spüren bekommen. Blitzstrahl. Verfehlt, lol. Stark Angriff. Ich erzittere. Warte, ich mache lieber nicht. Ja, okay, der Damage. Wo kommt der näher? Ja, okay, der Damage. Ich glaube, der Heiligen-Sperr macht gerade echt viel Damage. Okay. Okay. Warte, ich hätte auch einfach Imitation machen können. Naja, egal. Ja, Riki würde bei dem wahrscheinlich auch richtig viel Damage reinballern. Ich glaube, ich glaube, Excalibur ist ja auch heilig. Gigamatchi? Was macht der denn hier? Was macht der denn hier? Geschafft. Hallo. Ihr überrascht mich zu sehen? So einfach konnte ich euch nicht davon lassen kommen lassen. Das wäre dann doch zu blablababel. Nicht kämpfen. Pah, du scheinst es nicht anders zu wollen. Also sollst du als erstes sterben. Ach naja, ach ja, na das wollen wir doch erst mal sehen. Zeig, was du kannst. Feiern die da, ey. Dann hat sich hier nach noch elf. Ein Feuerer noch. Ja, sein Film ist ja nice. Kiele. Dein Großvater. War wirklich ein starker Mann. Der süße. Opa. Und du, Faris? Du sollst dich verlieben. Okay. Vielleicht lernst du dann ja etwas mehr über dich selbst. Okay. Hey. Hey. Lena. Du warst immer so ein tierliebes Mädchen. Beide. Dann bewahr dir dieses, diese Herzensgüter. Ey, was passiert hier gerade? Und Ricky? Ich hätte so gerne noch einen Kampf mit dir bestritten. Ich beneide dich um deine Freunde. Gilgamesh. Es reicht, Chip. Es reicht, Chip. Wuhu. 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 Hätt dich gerade zu dir sagen. Selbstzerstörung. Er hat sich für uns geoppert, Chet. Oh, Sven hat den Bruder. Ja, das war Gilgamesch Und, Chat, wir machen eine kurze Pause Ich muss dringend pinkeln Hab fünfmal geschrieben hier und geweint Ich glaub, wir sind angekommen, Chat Lappen ist noch Band? Hey, wieso sind denn jetzt alle Band? Was, wenn ich jetzt Lappenfeuer Wenn ich jetzt Lappenfeuer-Mod gebe Jetzt sind Lappen auch Mod Lappen schreiben, aber was? Hä? Was ist passiert? Nein, ich hab niemanden gebannt Hä? Okay, warte Jetzt mach ich zum Beispiel jetzt wieder Ich mach zum Beispiel jetzt wieder Lappen wieder an Mod So Schreib mal was Lappen Ist weg Sie schrieb Was ist denn heute? Schreibt ihr beide übers Handy? Wie, du siehst es gerade? Wieso siehst du ihre Nachrichten? Aber ich nicht Ich schreib beide übers Handy Vielleicht ist die Handy-App gerade irgendwie down? Ich schreib mal selbst am Handy Okay, bei mir geht's Also ich schreib über Handy Moment Ist sie in deinem WLAN? Seid ihr gerade zu Hause bei euch? Und beide seid ihr bei WLAN? Vielleicht liegt es an deinem Internet Hä? Hä? Das ist ja super weird Hä? Hab mal WLAN ausgemacht Jetzt geht's Hä? Was ist mit deinem WLAN? Ein neues Spun-Level erreicht Nicht der Account, sondern gleich die ganze IP-Adresse Hä? Hä? Was ist da bei dir zu Hause mit deinem WLAN los? Mit deinem Router? Das ist ja crazy Vor allem Könnt ihr das in anderen Chats testen? Wir müssen mal in anderen Chats testen Dann können ja irgendein Offline-Chat gehen Irgendwie bei Dashka oder so Übers WLAN bei ihm schreiben Kann sein Kann sein, dass der Router vielleicht Äh Im Router irgendwie Jetzt komplett Twitch Irgendwie Eine Ausnahme Aktion bekommen hat Vielleicht denkt Twitch Da will jemand botten Und das kommt von LP Aber ich kann halt Ja, als Mod ist ja was anderes Wenn ihr jetzt irgendwie über Dein WLAN bei Dash Game Chat schreibt Ob sich da irgendwas ändert Ob ihr dann eure Nachrichten dort auch nicht seht Das ist ja super weird Das erklärt nicht, warum sie das nicht als Mod kann Ja, Mod umgeht ja sowieso alle Regeln I guess Wenn du dir nur jemanden timeoutest Oder Banz oder so Sobald du ihn moddest Kann er trotzdem immer schreiben Keine Ahnung Ich hab keine Ich kann's mir auch nicht erklären Keine Ahnung Das sind nur Vermutungen Äh, ja, wir können gerne eine Gamba machen Ich bin sehr stark unter Level Chat Ich weiß nicht, ob das was wird Ich will natürlich euch nicht jetzt beeinflussen Aber ja So Wo ist denn hier? Werfen Werfen Es liegt am WLAN Haben getestet Wow Crazy Okay Hier ist Stehlen Hier kann wieder weg Zu Klingen Magie So Hier ist Zeit Magie Schwarz Magie Magie Folge Ja, ich weiß nicht, ob ich auf Ich glaub, ich geh weg von Schwarz Magie Und ich geh, glaub ich, auf Blau Magie Als jemand anderen Der noch mitheilen kann Und die Damage-Dealer werden jetzt hauptsächlich Ricky und Faris sein Okay Habt das noch nie davor gehört Ja, das scheint wohl ein ganz besonderes WLAN zu haben Vor allem, du benutzt ja auch zu Hause nie dein WLAN, ne, Jaso? Du benutzt ja immer eigentlich nur deine mobile Daten, ne? Haben wir Wurfsterne? Äh, ja Deshalb hab ich ja jetzt eben Dinge zugegeben Äh, ihr Faris Werfen gegeben Schaut mal, ob ihr im WLAN noch Spenden und Bits ausgeben könnt Okay, let's go Okay, chat, let's go Endboss Ihr seid zu spät Zweite Phase wird geil, chat Endlich ist sie mein Die absolute Macht Die Macht über das Universum zu herrschen Die Macht ist nichts Baum 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 Wer sich mir den Weg stellt, wird vernichtet Und mit euren Freunden mach ich den Anfang Lehnt euch zurück und seht mich, äh, seht mit an Wie sie in nichts gezogen und von mir verschlungen werden Das ist der böse Deko-Baum, ja Oh, chat, ich hab vergessen, meine Rüstung zu ändern Ich hab doch gerade Genji-Shield und so bekommen Halt, lass sie frei Und jetzt werdet ihr eure Ende finden Verloren im Nichts Oh, Game Over Hab vorher die wichtige Quest nicht gemacht, um hier weiterzukommen Jetzt müssen wir nochmal zurück die Quest machen Scheiße, hab ich's vergessen Wir haben den Ring nicht gefunden Oh, doch, geht weiter Biwuh Riki, steh auf Das ist dein Papa Vater Da ist der Furry Da ist der Ultra-Freak Die Krieger der Mächten der Dunkelheit bewahren können, sind die Krieger des Lichts Und das seid ihr, nun geht's schon Buh, weggeflogen Buh, 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 buh Ich hoffe, es klappt, Mann Ich will nicht, ich will jetzt nicht noch grinden Ich will, dass es klappt Aber ich glaube, das wird sehr schwer Was? Warum lässt die Kraft des Nichts auf einmal nach? Na wartet, nehmt das Vater 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 Jetzt Das ist eure Chance Jetzt oder nie X-Diff muss fallen Vorwärts, Krieger des Lichts Oh, kann ich noch ins Menü? Oh, ich kann noch mal ins Menü So, hier ist alles in Ordnung Hier Einmal anderes Schild Und wieder zurück zum Magus-Futter Hier nochmal kurz abchecken Zurück zum Weisenstab Hier kommt wieder der geile Bogen Okay Schleife nicht vergessen Okay Ähm X-Diff, mach dich auf deinen Abgang gefasst Junge, wer ist der denn? Bohoho Junge, was ist dieses Design? Holy shit Weißes Loch Okay, ich schütze erstmal alle Damage Scheiße Ich hab mich verblickt Naja, egal Klappt schon Geiler Konter Ich hab mich verblickt Aber Riki überlebt das noch? Ex-Dev wurde vom Nichts verschlungen. Okay, Chat, zweite Phase. Jetzt kommt Peak-Design. Das Nichts sollte mir doch gehorchen! Wie konnte das geschehen? Aaaaaah! Jetzt müssen die andere Ecke dafür. Die nächste Wurst im Weltkrieg löst sich auf. Ich bin Neo-Ex-Dev! Alle Erinnerungen, alle Dimensionen. Alles, was war, alles, was ist, soll nicht mehr sein. Dann kann auch ich abdanken. Jo-ho-ho, da kommt der Chat. Jo-ho-ho-ho! Boah, wie cool der aussieht, Mann! Banger, Banger! Ich habe einfach ganz viele Parts, die ich treffen kann. Aber in der Leiste steht unten nur Ex-Dev. Iche habe einfach ganz vieleterosauriert, Der kann Delta-Attacke, der kann Delta-Attacke. Schleife. Schleife. Boah, der kann Delta-Attacke. Das ist super gefährlich. Du, du, ri, du, 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 ri, du, 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 du. Boah, so ein geiler Song. Ja, was machen wir hier noch? Probieren wir mal einen Sanctus aus. Na stimmt, die hat jetzt gar keinen, sie hat jetzt gar keinen Schwarzmagie mehr, aber das ist egal. Die machen mit Theo Doppelspam. Almergast! Daneben? Okay, Icegum. Das könnte wehtun. wie gewoonандird leidrifog gekämpfer. Die. 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 're islands. Rie, 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 rie. Mana ist sehr knapp, ey. Ich darf jetzt eigentlich mit Lena und Krille gar nicht mehr angreifen. Was passiert? Supernova? Scheiße. Ich bin RIP. Ich dachte, ich habe ihr noch genug Mana übrig gelassen, aber sie hat 25. Scheiße. Klappt Transfusion? Um sie wiederzubeleben? Chat, Klappt Transfusion auf Tote? Da steht nichts von wiederbeleben. Transfusion ist halt ein Selbstmord, aber belebt halt dann, äh, belebt halt LLP und Mana voll. Ziemlich sicher nicht. Ah, Engel ist auch 29. Scheiße, ich habe zu viel Mana verbraucht. Ich war zu gierig. Ich war zu gierig. Zurück, Chef. Nochmal den Kampf neu starten. Ich war zu gierig. Na, probieren wir mal graviger aus. Wow, wer hätte das gedacht, dass es nicht klappt? Geht, Emitation, Elixier, Emitation? Ja, geht. Wow, aber dann macht sie auch dieselbe Person nochmal, okay. Vakuumwelle. Das ist ganz komplett useless. Okay, der untere Teil ist tot. Ich bin irgendwie wieder zurückgekommen. Ich bin bereit für die nächste Supernova. Ich fuhr mal Shuriken, wie stark ist es? Mal testen. Okay, not bad. Okay, not bad. Sanktus, not bad. 4.000 Damage. Man stirbt denn das Ding in der Mitte? Das Ding in der Mitte lebt immer noch. Was? Raum und Zeit stürzen ins Chaos. Oh, oh. Was bedeutet das? Okay, ich habe das Ding in der Mitte kaputt gemacht. Das Ding oben ist auch kaputt. Er hat nur noch einen Part. Es klappt doch irgendwie. Es klappt doch irgendwie. Ich habe kein Mana mehr für gute Damage. Vakuumwelle. Vakuumwelle? Magierin. Ich mache mal einen Sanctus und eine Heilung. Komm schon, Faris. Junge Lena ist fucking level 33. Als ob man das mit so einem low level machen kann. Junge, Boss ist doch Safe-Level irgendwie 80 oder so, oder? Neo-X-Dev Der ist Level 81 Crazy Am Anfang war da nichts Doch aus dem Nichts entsprangen vier Essenzen Die Grundpfeiler des Seins Sie brachten vier Kristalle hervor und die Welt war geschaffen Hoffnung spendete der Erde Ihre Segen, Tapferkeit und Mut entfachte ein Feuer Hingabe und Freundlichkeit sehten im Meer Den Ursprung des Lebens, Neugier und Wissensturz Im Wind, Weisheit und Einsicht in das Land Wenn immer das Nichts die Welt zu verschlingen droht Wird das Licht neu erstrahlen, solange der Mensch Die vier Essenzen in sich trägt Und die vier Essenzen werden aus dem Nichts entspringen Und das Licht erneuert erstrahlen lassen Die vier Elemente des Hip-Hop Der Hip Der Hop Der Rap Und der Beat Ich hatte den auch irgendwie knackiger in Erinnerung Aber auf dem GBA habe ich nicht Allrounder oder Meme gespielt Da habe ich nur zwei Klassen kombiniert Und nicht jetzt wie hier vier Stück oder so Das Nichts ist noch hier Aber wir haben Ex-Deft noch besiegt Liegt es daran, dass die Kristalle alle zerstört sind? Die Welt wird vom Nichts verschlungen werden Wie können die eigentlich im Nichts atmen, wenn da nichts ist? Wenn da nichts ist, dann ist da auch keine Luft zum Atmen, oder? Plothole Drecksgehen Auf dem GBA hattest du aber auch keine Rätseltipps Ja, auf dem GBA hat mir natürlich diese Info gefehlt mit Dass gemeisterte Klassen sich auf Allrounder übertragen Denke ich mal Hoffnung segne die Erde Mut entzünde die Feuer Hingabe Hauche den Wasserleben ein Amorei Amorei des Mutes Erwache Wehmann digitiert zu Feindramann Leidenschaft Gib den Winden Weisheit und Einsicht Das sind viel mehr Elemente als beim Hip-Hop Tja, Hip-Hop ist wohl nicht so vielseitig Wie Final Fantasy 5 Oh Mann, ey Story war echt scheiße, ne? Hat sich echt gezogen Hey, Abbeldabbel, dankeschön Für 500 Bits Ja, ich freu mich auch auf Teil 6 6 wird der letzte in diesem Look sein, ne? Dann geht's langsam los mit den 3D-Teilen Also Exdeath war ein verbitterter alter Baum Der die Macht der Dunkelheit für sich haben wollte Bisschen weird für den Villain Naja, er war ja böse, weil er verbannt wurde von Galuf und der Gang Und dann kam er zurück und wollte Sich rächen an der Welt Jo, gute Nacht Und dann Die Welt Sie ist im Begriff wiedergeboren zu werden Und mit ihr auch die Kristalle Es war also noch immer Energie in den Kristallsplittern Zum Glück Lena, fahre es, Krieger Das liegt daran, dass ihr so gut auf die Kristallsplitter Acht gegeben habt Stell dein Licht nicht unter den Schäfel Schäfel? Das hast du doch ebenso Und Opa auch Und die Story vom Boss war jetzt auch nicht das Problem Also die Boss in den ganzen Also bisher jetzt von 1 bis 5 Story von jedem Boss war jetzt nicht so spektakulär und krass Die waren halt alle böse und wollten sich rächen Und wollten alles töten oder sonst was Aber generell Die Story of all Ständig immer dieses Ja, du hast diese 4 Dinge, die machst du Dann gehst du zu Sid, dann musst du wieder diese 4 Dinge machen Dann gehst du zu Sid, dann gehst du wieder diese 4 Dinge machen Dann gehst du zu Sid Und immer irgendwie das Gleiche Immer das Gleiche Jetzt kehrt der Wind also nach Tycoon zurück So ist es, Liebes Ich kann den Namen Sid bald nicht hören Du wirst den Namen hier im Marathon sehr oft hören Vater Opa Vater Opa, Vater Kelger Xittert Xittert Die Welt braucht euch noch immer Es ist noch zu früh für ein Wiedersehen mit uns Geht zurück in eure Welt Die, die ihr gerettet habt Wer ist der Tiger oben rechts? Äh, mein Name ist Keggy Das war Kegla Einer der Monddämmerungsritter Das singt so ein Wolfsmensch Werwolf Es gab irgendwie so ein Werwolfsdorf oder so Ich muss euch gleich noch Dinge verwarten, bevor wir weitermachen Kann ich hier pausieren? Hier kann ich nicht pausieren Opa Was meinst du mit weitermachen? Hier, die Texte lesen Halt Dieser Brief ist gerade angekommen Okay, ich glaube, ich muss jetzt drücken, damit es weitergeht, ne? Genau, ich habe den Job Ähm In Final Fantasy XIV Äh, die Raid-Bosse in FF14 Die sind immer, wie gesagt, immer so in vierer Packs Es gibt immer so alle paar Monate einen großen Patch Wo es dann immer so vier Raids gibt Und der letzte Raid Ähm, also du hast bei diesen Raids Hast du dann auch immer einen extra Schwierigkeitsgrad, ne? Und bei dem zweiten Schwierigkeitsgrad Bei dem richtig schweren Schwierigkeitsgrad Ähm, da hat dann immer der letzte von den vieren Bossen Immer eine besondere eigene Phase Die du im normalen Schwierigkeitsgrad nicht erlebst Und In dem schwierigen Modus Kämpfst du halt auch gegen Neo-X-Dev Im normalen Modus kämpfst du nur gegen X-Dev Und im schwierigen gegen Neo-X-Dev Und das hat so eine coole Transition Das ist so sick, wenn du ihn besiegst Ja Wie riesig der auch ist, Mann Und jetzt versucht er hier halt, wie auch gerade, Energie aus dem Nichts zu ziehen Sie zu kontrollieren, um gegen uns zu kämpfen Aber das Nichts lässt sich nicht kontrollieren Und dann diese Stille Ach so sick, Mann Also das haben wir quasi gerade erlebt Aber in gepixelter Version Und da ist er Junge, ey Der ist so geil Äh, dieser Brief ist gerade angekommen Wie scary auch, ja, Mann Lieber Sitt und Mitt Alles ist in Ordnung bei euch? Ich bin Skrider Ich hab's überlebt, irgendwie Mittlerweile wirkt es fast, als ob der Kampf ein einziger schlimmer Albtraum war Plotzwist Alles war nur ein Traum Alles war nur ein Traum vom Baum Ich bin viel umhergereist Seitdem Frieden ist wieder eingekehrt Was? Achso, seitdem Frieden ist wieder eingekehrt Das ist alles wie früher Der Kanzler von Tycoon ist außer sich vor Glück Aber Faris macht sich Sorgen um ihre Mannschaft Das endet hier mit einem Brief Final Fantasy 9 endet auch mit einem Brief In Baal macht man sich Sorgen Weil es keinen Anwärter auf die Thronfolge gibt Vielleicht werde ich ja Königin Aber was rede ich da? Obwohl es irgendwie schon eine tolle Vorstellung wäre Hätte ich ja gar keinen Bock, König zu werden, ne? König, Königin zu werden? Nee, gar keinen Bock, Digga Gar keinen Bock! Ricky ist zurück in sein Heimatdorf Er wird wieder auf Reisen gehen Aber er wollte vorher noch einmal seine Eltern besuchen Da sind Bokos Babys Ach ja, Boko und Koko sind Eltern geworden Chocobo-Bibys sind ja so süß Ihr müsst sie bald besuchen Wäre lieber König als arbeitslos Du bist einfach der kleine Simba Ja, ich will jetzt gleich König sein Nie wieder tu dies Nie wieder tu das Ein Jahr ist seit unserem Kampf vergangen Lena und Fares sind so beschäftigt damit Tycoon zu führen Und Ricky ist wieder auf Reisen Ich denke, ich werde zurückkehren Dorthin, wo Opa ruht Obwohl sonst noch jemand Obwohl sonst noch jemand erscheinen wird Ach, bestimmt Ein Wiedersehen ist schließlich alles, was ich mir wünsche Moment, das heißt aber Ricky hat kein Girl abbekommen, ne? Normalerweise endeten jetzt die anderen Teile immer damit, dass Der Boy der Geschichte immer ein Girl bekommt Ricky bleibt als einziger Typ, der Abenteuer macht Lone Wolf mäßig Grille, das hast du gut gemacht Ihr alle habt einen großartigen Kampf abgeliefert Gerne Charakter So cool sein, verstehe ich nicht Junge, als er Ricky den Kegler weggekickt hat, Alter Der Kegler, der einfach gesagt hat, so Yo, ich will deine Stärke testen Ricky haut ihn einmal Und dann lag er im Sterbensbett Und ein paar Stunden ist er gestorben Junge, komplett reckless Ricky Es war so dämlich Einfach einer der fünf, äh, vier Monddämmerungsritter da Er ballert den einfach weg Junge, und diese ganze Scheiß-Story mit Ständig mit diesem Anfang so, wo es so mega obvious ist, dass Faris halt die Schwester ist Aber es wird die ganze Zeit so mysteriös getan und so Oh Mann ey, das war so scheiße alles Lena Der Anime spielt zwei Jahre hier nach, by the way Okay Faris Faris Bang Stimmt, der hat ja auch mal Krille weggeklatscht, einfach Der Ricky, Alter Der hat die doch auch mal gebuckpfeift, Alter Gebuckpfeift Endlich machst du den Job Du hast den ganzen Tag drauf gewartet, oder was? Krille Ist die FF14 Krille eigentlich eine andere, nur mit exakt dem selben Namen, oder gibt es eine Connection? Ich denke, es ist einfach nur eine, mit dem selben Namen Zufällig hat sie auch den selben Großvater, der auch Galuf heißt Aber ich denke mal, ist alles nur eine Referenz So wie Sid, der auch immer wieder vorkommt in allen Spielen und sowas So ist, denke ich mal, auch Krille in FF14 Hat auch das gleiche Summon-Outfit Und auch die Katzenhörchen Aber schon ein nicer Song Aber generell, die Musik in dem Spiel war wirklich sehr, sehr gut War sehr, sehr gut Und die haben auch versucht, hier so ein bisschen mit Mehr Animationen den Charakteren Charakter zu geben und so Durch irgendwie so ganz halt Lachen oder sowas Durch irgendwelche Erschreckmomente oder so Wenn Opa damals nicht eingeschritten wäre, um mich zu retten Die Kristalle erstrahlen mit neuer Kraft und Frieden, ist wieder eingekehrt Und doch bin ich traurig Ja, ich finde es auch zu lang Das hat sich ab dem Punkt alles nur wiederholt irgendwie Seit Opa tot ist, bin ich ganz allein Man muss sich um einen Splitter im Finger. Nein. Gallucci! Junge, wie das jetzt auch langgezogen wird mit diesen Recaps. Oh, Mann. Oh, Mann. Das endet einfach nicht, ne? Mach's gut, Opa. Was redest du denn da? Du bist nicht alleine. Ja, Ricky! Schnappt sich das minderjährige Kind. Ah, okay, ne, sind alle drei da. Wir sind doch bei dir. Na, komm schon, Kopf hoch. Ihr seid alle hier. Ich dachte, jetzt kriegen die so eine Love-Story, die beiden oder so, weil Ricky niemanden abbekommen hat. Aber sicher, als ob ich einen Freund vergessen würde, mit dem ich so viele Kämpfe bestritten habe. Ich. Ich. Laut Vicky ist sie 14. Wie alt ist Bart? Tränen stehen dir wirklich gar nicht zu Gesicht, Krille. Du musst stark sein. Galluf zieht dich sonst nur damit auf. Aber was für ein Cast, ne? Einfach drei Girls. Schnüff. Recht habt ihr. Schnüff. Er lacht sicher schon über mich. Die Kristalle haben ihre Energie wiedererlangt. Diesmal werden wir sie beschützen. Ja, why not? Ja, ist so unüblich, ne? So wie Vater und die anderen es auch getan haben. Sag mal, hört ihr das auch? Für damalige Zeit war es schon wild, ey. Ja, ich höre es auch. Die Stimme von Opa. Nein, wohl nur der Wind, wie er durch die Bäume pfeift. Oder das Plätschern des Wassers. Oder das Knistern eines Feuers. Oder das Grummeln der Erde. Aber das war ja schon immer so bei Final Fantasy. Dass Final Fantasy immer versucht hat, irgendwie Frauen immer starke Rollen zu geben. Keine Ahnung, was es nun wirklich ist. Aber ... Es ist deutlich zu hören. Ja, und es hat etwas Vertrautes an sich. Das bin ich, die hören mich. Hallo! Hallo, hier! Jett, die meinen uns. Die meinen uns! Hallo! Die winken uns gerade zu. Die bedanken sich für uns, fürs Spielen, dass wir das mit ihnen erlebt haben. Lena19, Fahres20. Frauen wurden auch erst im 21. Jahrhundert erfunden. Das stimmt. Das stimmt. Deshalb ist das ... krass. Jetzt noch mal durch die ganze Karte fliegen. Jede Stadt einmal besuchen. Okay. Ja, Fazit auf jeden Fall sehr, sehr, sehr nice game. Das System mit den Klassen und so sehr cool. Das Gameplay war wieder sehr, sehr geil. Gegenüber dem vierten. Der vierte Teil war so ein bisschen nervig vom Gameplay her. Im fünften war wieder sehr, sehr viel geiler. Die Möglichkeiten, die man mit dem Kombinieren der Klassen hatte, so viele Klassen, dass die Klassen auch ein bisschen alle einzigartiger waren und so. Das war schon sehr, sehr cool. Das war schon sehr, sehr cool. Musik war peak, aber er ist auch langsam aber sicher der geile Scheiß. Langsam wird die Musik immer geiler und geiler. Da sind sie, Alter. Die kleinen Chokobo. Story ist halt leider nur viel zu lang gewesen. Und nicht nur, dass sie lang war, sondern dass auch die Texte, Dialoge, die Gespräche teilweise echt so scheiße waren, dass sie das versucht haben, auch so ein bisschen mit Humor zu machen, aber der Humor einfach komplett reingeschissen hat. So ein Bart, der die ganze Zeit irgendwelche komischen Jokes und Sprichwörter bringt, als wäre er irgendwie 50 Jahre alt. Keine Ahnung, das war ein bisschen immer nervig. Und ja, die Länge ist halt so ein bisschen anstrengend. Aber ich denke, man musste es, sie wollten das halt so lang machen, weil super viele Klassen. Das Spiel war ja auch eigentlich sehr, sehr grindlastig. Ohne Boosts, ne? Man musste ja sehr viel grinden. Und damit man trotzdem viele Klassen levelt, haben die vielleicht das Spiel langgezogen. I don't know. Ne? Aber ja, wo packe ich das hin? Das ist echt schwierig. Meine Liste war ja bisher, Chad, 3-1-2-4, ne? War meine Liste bisher. Ich denke, ich mache 3-1- 5-2-4. 5 kommt auf den dritten Platz für mich. Es wäre easy auf Platz 1. Wären die Charaktere und die Story nicht so arsch und das Spiel so lang gestreckt, dann wäre das easy Platz 1 wahrscheinlich gewesen. Nach dem Marathon eine FF-Tierlist. Tue ich hier gerade, Dingo. Am Finale jedes Teiles mache ich eine Tierlist. Habe ich dir gerade gemacht. Platz 3 auf 1. Platz 2 ist Final Fantasy 1. Platz 3 ist Final Fantasy 5. Platz 4 ist Final Fantasy 2. Und Platz 5 ist Final Fantasy 4. Smash or Pass? Weiß ich nicht. Das dritte Mal ist, glaube ich, nicht mehr so lustig, weil es sind halt dieselben Sprites teilweise. Also 80%, nee, 80%. Sagen wir mal 60% sind das dieselben Sprites. Ja, können wir in 7 wieder machen. Ja, es war schon in 4, war es schon witzlos, weil der Großteil waren halt wirklich dieselben Sprites wie auch in 3. Ja, ich habe auch in einem Punkt auch echt viele Gegner übersprungen, das stimmt, ja. Das stimmt. Das stimmt. Aber sonst wäre das Spiel nie fertig gewesen, Alter. Hätte ich heute noch die ganzen Dungeons normal legit durchgezogen, wir wären niemals fertig geworden, Alter. da hätten wir noch hier bis 3, 4 Uhr gesessen, Alter. 22 Stunden habe ich gebraucht. 4 gewinnt. 4 gewinnt. Ja, 23 Stunden. Achso, ihr seht das nicht. Ist hinter der Kamera. 23 Stunden. Bisher der längste, ne? Der längste Teil. Ja, nächste Woche dann Final Fantasy 6. Zum Glück auch der letzte in diesem Stil. Also auch wenn der Pixel Remaster Stil schon sehr hübsch ist, aber jetzt sechs Spiele hintereinander komplett im selben Look, ist langsam aber sicher langsam aber sicher ein bisschen anstrengend. Ja, nächste Woche Kefka. Nächste Woche legendäre Kefka-Lache.